So. Okay. Ich musste mein Handy erst suchen, Leute. Ich wusste nicht, wo ich es habe. Ich musste das Handy anrufen, um es zu finden. Wir wollten einen Token zur Identifizierung. Wieder voll der Endstress hier. So. Bo, 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 bo. So. Hallo Jürgen. Hallo alle, die mit rübergekommen sind. Gucken wir mal, wer alles gekommen ist. Also ein paar sind gestern auch gefolgt. Vorgestern. Ah, die hatte ich aber schon. Oh, vor einer Minute hat der Dieter 10 Punkte gechiert. Also gleich zu Anfang, bevor wir mit dem eigentlichen Stream beginnen, zur Info für euch, für 1000 gechierte Punkte oder ein Abo, mache ich jeweils eine Liegestütz. Also schreibe ich mir gleich mal 10 Punkte vom Dieter auf. Wunderbar. Also. Und dann sage ich jetzt erstmal in die Runde. Hallo Thees, hallo Sebastian, hallo Reka, hallo Tobias, hallo Otto, hallo Martin, hallo Hexter, MS1909 ist nachgekommen, Bernie, ähm, Kaiser, nein, nein, nicht 50 Liegestütz, 45 Liegestütz muss ich machen, Otto. 45, das habe ich mir genau gemerkt und die arbeiten wir heute auch alle ab. Das ist überhaupt kein Problem, das kriegen wir hin. Guten Abend, sagt der Experte, der Roman The Arm ist da und, ähm, ach, es geht schon wieder gut los hier. Also, der Hexter hat 100 Bits gechiert. Hexter, vielen Dank, very appreciated in Hard Times. Und der Bernie 110 Bits, zusammen 210 Bits. Vielen Dank an euch beide, 210 Bits, schreiben wir uns auf. Und der Bernie hat auch noch ein Community-Sub gegiftet. Lieber Bernie, thank you very much, very appreciated. Und bevor wir mit überhaupt was anderem anfangen, mache ich erstmal ein paar Liegestütz weg. Nett, dass es hier hinten raus Probleme gibt, ne. Vielleicht wird ja ein oder andere auch noch Punkte für Liegestütz einsetzen wollen. Das kann man ja nie ganz ausschließen. Oh, ich habe in der Schulter, in der Schulter zieht es noch vom letzten Mal. Es zieht in der Schulter. Also, ich weiß nicht, ob ich heute alle malen kann. Aber, 10 haben wir schon mal weg, bleiben noch 35. Und ich glaube nicht, dass heute so viele mit Kanalpunkten dazukommen. Da bin ich der Meinung, das dürfte nicht so dramatisch werden. Ich weiß auch nicht, das Gefühl sagt mir, da kommt heute nichts. Ihr habt ja auch ein Mitgefühl mit mir, ne. Davon gehe ich zumindest mal. Was ist denn hier los? Moment mal. Mit Punkten muss ich aber erstmal sehen, dass ich da dranbleibe, ne. Bernie hatte ich. So, Krey, äh, Edgar 3, vielen Dank für das Folo. Habe ich Ihnen das verpasst? Ach, Bernie hat nochmal. Also, Jörg hat 100 Bits gechiert. Jörg, vielen Dank, very appreciated, 100 Bits. So, dann, äh, wie gesagt, vielen Dank für das Folo. Bernie hat nochmal ein Community-Sub springen lassen. Vielen Dank, lieber Bernie. Eine Liegestütze, very appreciated. Die Susanne hat 100 Bits gechiert. Der Roman hat 100 Bits gechiert. Das sind 200 Bits. Vielen Dank, very appreciated. 200 Bits, schreiben wir uns auf. Dann Socket-Tuning, 100 Bits. Schreiben wir uns auf. Vielen Dank, Socket-Tuning. Und ich sehe, der Thorsten hat 1000 Bits gechiert. Da machen wir direkt eine Liegestütze draus. Vielen Dank, lieber Thorsten, aka Don Carlos. Dann hat der Jürgen 166 Bits gechiert. Der hat in letzter Zeit echt diese Spendierhosen an, der Kerl. Jürgen, vielen Dank, very appreciated. Dann der Frank, aka Dr-Beat-Samse. Bester DJ auf Twitch. Auf jeden Fall abonnieren. Den Kanal Dr-Nein, followen. Abonnieren natürlich immer bei mir. Und wenn ihr dann noch zusätzlich abonnieren wollt, dann beim Frank. Man muss natürlich die Prioritäten richtig setzen. Also, der Frank hat 100 Bits gechiert. Vielen Dank, lieber Frank. Very appreciated. Dann der Bernie hat ein Community-1-Sub nochmal gegiftet. Vielen Dank, lieber Bernie. Very appreciated. Der Rindi ist auch mal wieder da. Rindi, wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht. Aber der Rindi muss wohl im Moment nachts arbeiten. Und dann kommen wir noch nicht zu den Streams. Also, Rindi hat 5 Community-Subs gegiftet. Rindi, thank you very much. Very appreciated. 1, 2, 3, 4, 5. Dann der Roman The Arm hat 100 Bits gechiert. Und nochmal 100 Bits. Sind zusammen 200 Bits. Thank you very much. Very appreciated. Was ist denn heute wieder los? Weihnachten und so weiter. Dann die Heike hat 10 Bits gechiert. Vielen Dank, lieber Heike. Very appreciated in Hard Times. 10 Bits. Schreiben wir uns auf. So. Dann der Spocken 1980 hat mit Prime schon im sechsten Monat abonniert. Vielen Dank, lieber Spocken 1980. Eine Liegestütze. Habe ich mir aufgeschrieben. Dann haben wir das jetzt erstmal. Und ja, holen wir jetzt schon direkt den Discord mit dazu. Wir könnten ja theoretisch schon den Discord mit dazu holen. Und die könnten mal sagen, was sie zu diesem Angebot hier beizutragen haben. Was sie davon halten. Von diesen 75.000 Euro für einen Skoda Enyaq EV80 X Founders Edition. Ich muss ehrlich zugeben, ihr habt es ja vorhin mitbekommen im Livestream auf YouTube. Ich bin not amused. Ich bin sogar ganz im Gegenteil eher entsetzt. Also, wir holen jetzt direkt mal den Discord mit dazu. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Discord. Wollt ihr mal Hallo zum Chat sagen? Hallo zum Chat. Halt! Nicht weiterreden. Falscher Ausgang. Also, vom Ton, ne? Hast du gepuppt, oder was? Nein, jetzt. Jetzt könnt ihr. Hallo zum Chat. Hallo zum Chat. Hallo. Hallo. Boah Weihnachten. Servus. Chat, hallo. Hallo Chat. Hallo Chat. Gladys Juhl. Na wund. Okay, ich vermute, es waren alle. Klaus, dann nochmal vielen Dank für deine Wildschweinwurst. Nur wie gesagt, ja, ist ein bisschen sehr speziell. Also, da kriegst du mich nicht dran. Aber vielen Dank dafür. Und jetzt mal eine Frage. Was sagt ihr zu dem Preis von dem Skoda Enyaq hier? Dann sagt man, jeden Tag steht, wo er deppert auf. Aber 10.000 Euro, Otto. Weiß das ja nicht. Irgendwo wird es schon einen geben. Wenn es nur einer ist, ist er weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, sei es Deutschland oder Österreich, 10.000 Euro Überlistenpreis bezahlt. Das sind ja wirklich, das sind ja amerikanische Verhältnisse. Das ist ja Wahnsinn. Wenn einer Geld loswerden will und den unbedingt haben will, tja. Also, nee, es tut mir leid. Okay, aber ihr meint, es könnte sein, dass es jemand zahlen würde, ja. Gut, vorwerfen kann man es dem Händler nicht. Wenn er es kriegen kann, dann nimm das, ne. Das ist ja, das ist halt Marktwirtschaft, in Anführungsstrichen. Gibt es weitere Meinungen? Discord ist zu leise, wird gesagt. Man nimmt mal etwas lauter. Weitere Stimmen? Versuchen kann man es ja. Dann kann ja in der nächsten Woche dann runtergehen, wenn er nicht los wird. Ja, aber ich würde da hingehen und würde, glaube ich, wutschnaubend in den Laden rennen. Wobei man halt, wie gesagt, es ist ja nicht verboten. Es ist eine unverbindliche Preisempfehlung. Man darf auch mehr nehmen. Aber 75.000 Euro für so eine Familienlimousine? Die Frage ist, wer war zuerst, Erich oder HaHa? Erich. HaHa, fang du an. Okay. Die Frage ist, was ist, wenn man Skoda dieses Angebot mal schickt? Also Skoda Deutschland, wie die sich dazu äußern? Ja, die werden wahrscheinlich das Gleiche sagen, dass jeder Händler seine Preise selbst festlegt. Oder was glaubst du, dass die dem dann Druck machen oder Ärger machen, dem Händler? Ja, es wäre zumindest mal interessant, eine Stellungnahme von denen zu hören, wie die dazu stehen. Ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Vielleicht nehme ich das mal als... Oder ich rufe erst mal am... Vielleicht morgen mal an und frage, ob das ein Fehler ist oder ob das wirklich gewollt ist. Und wenn die sagen, das ist kein Fehler, das ist gewollt, dann kann ich ja mal bei Skoda direkt anfragen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ja, ist keine schlechte Idee. Erich, du wolltest was sagen? Ja, das Gleiche wie Otto, einen Idioten werden sie finden und drunter handeln, kann man sich immer noch lassen. Lieber von einem hohen Preis ausgeben und drunter handeln lassen, als von einem niedrigeren und um jeden Cent falschen. Ja, aber sind denn die Leute wirklich so blöd, dass sie nicht wissen, dass das nicht mal ansatzweise dem Listenpreis entspricht? Also, soweit ich weiß, entspricht das nicht dem Listenpreis. Schau, wenn das Skoda nicht passt, dann wird irgendwo eine Meldung zurückkommen, ganz einfach. Der Händler hat sich verdahnt, er hat statt den Netto den Bruttopreis oder umgekehrt den Bruttopreis als Netto-Preis eingetragen. Ja, also ich werde, ich glaube, ich rufe morgen mal an. Oder? Das kann ja nicht schaden. Ja, fragen kannst du mal als Kundeninteresse. Ja, und wenn die mir sagen, das ist gewollt, das ist kein Fehler, dann schreibe ich vielleicht mal Skoda einfach an und frage, was es damit auf sich hat. Und steht da eigentlich irgendwas für die Lieferzeit? Ja, der ist sofort verfügbar. Hier steht ja in dem ersten Bild. Moment. Guck dir mal die Lieferzeiten zurzeit an. So fünf bis sieben Monate im Schnitt, wenn du jetzt hier sozusagen ein Frischkonfigurierst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Skoda damit ganz zufrieden ist, aber wer versucht es halt erst mal, der Händler? Das ist jetzt auch kein kleiner Händler, Volkswagen Zentrum Leverkusen. Das wird schon ein großer Händler sein, sofort verfügbar. Hier steht es. Also ich gehe davon aus, der steht dort. Die andere Frage ist, ist das wirklich ein Neuwagen oder ist das eine Kurzzulassung? Null Kilometer, deutsche Ausführung, sofort. Also hier steht jetzt nichts von Erstzulassung, Edition, bla bla bla, Getriebe, Abgas- und Fahrradträger ist nicht Bestandteil des Fahrzeugs. Also der Fahrzeugträger gehört nicht dazu. Brutokreditbetrag. Hä? Für die Volksbank, Griff und Geschäftskunden. Guck mal hier, das Laufleiste, ein jährlicher, ach nee, das ist wohl Leasing. Ist das Leasing oder was ist das hier? 629 Euro monatlich gerade, 1,9% Effektivzins, 48 Monate Laufzeit, eine Anzahl von 18.980 Euro, eine jährliche Laufleistung von 10.000 Kilometer und 29.000... Ach so, nee, da kommen, ah, die 18 kommen dazu. Okay, alles klar. Dann bist du also bei 79.000 Euro. Das hatte ich so nett gesehen. 629 Monate. Ja, du bist gleich sichern. Wie meinst du gleich sichern? Wenn es morgen nicht mehr da ist, dann weiß man, dass es ein Fehler war. Das ist Cinshot. Cinshot. Und ich kann es ja auch als PDF speichern. Kannst du die Seite speichern, ja. So, ich gucke gleich mal, ob das geklappt hat. Aber das ist auf jeden Fall, also, ich muss schon sagen, das sind Wildwesten. Ja, aber es ist, andererseits, es kann jeder selbst entscheiden, wie viel er nimmt oder wie viel er haben will. Ja, ich habe es als komplett, ja, kann ich abrufen. Passt, hat er schön gedruckt. So, ich gucke jetzt mal, was der Chat dazu schreibt. So, Betrug, das sind doch keine Liegestütze von Otto. Die Kniebeugen sind ja schön anzusehen, aber deine Pseudo-Liegestütze, das sind richtige Liegestütze. Und wenn dir die Schultern so wehentun würden wie mir, Ex-Westfale. So, hallo, Frank ist noch mit rübergekommen. Hallo, Frank, das ist Marktwirtschaft, das kennst du nicht. Du bist Banker, schreibt der Sebastian. Aha. Hexter schreibt, das ist aber auch lustig. Der Sebastian ist dafür, ja, nee, ist egal. Okay, der Skoda ist überteuert, aber was hier mit den Punkten passiert, ist der wahre Wurrer. Wie, was passiert denn hier mit den Punkten, Hexter? Ich weiß nicht, was du meinst. Hau raus, die Liegestütze, schreibt der Zippo. Ja, wir gucken gleich, wir machen das wieder aktuell. Es wird versucht, alles rauszukretschen, was geht. Es sollte halt niemand mitmachen, dann erledigt sich das von selbst. Ja, wenn niemand mitmacht, erledigt sich's, aber wenn wirklich einer herkommt und zahlt's, dann ist es ein Problem. Highspeed Freak sagt, 75k für einen Skoda, sind die ihre Fragezeichen? Ja. Geri schreibt, wenn der Kaffee dort im Autohaus gut ist, dann ist der Preis okay. Okay, auch eine Meinung. Ähm, der Experte hat für den Enyaq die Hälfte des aufgerufenen Preises gezahlt, aber du hast auch nicht die Founders Edition. Vermute ich mal. So. Bei den Gebrauchten sieht es ja auch nicht besser aus, ist vielleicht schon eine Geldanlage. Ja, also ich denke mal, mein Muster mal eh wird täglich mehr wert. Äh, da, Dieter verabschiedet sich. Guten Nacht, Dieter. Äh, hallo an alle Weihnachtsgeschädigten, der Analogon kommt nach. Ist zu teuer, den gibt's in der Schweiz für 66.900 Schweizer Franken. Ja, dann hol ich ihn mir aus der Schweiz, oder? Der Händler kann es probieren, schreibt auch der Highspeed Freak. Also, auch durch wachsende, ähm, Meinungen. Also, ich geh mal davon aus, jeder glaubt, dass er machen kann, was er will, aber keiner von uns will den Preis bezahlen. Für die Felgen der Founders Edition bekommt man auf Ebay Kleinanzeigen 2.000 Euro. Ja, aber für einen 21-Zoll-Felgensatz ist das nichts Ungewöhnliches, der Experte. Also, wenn ich mir jetzt einen 21-Zoll-Felgensatz fürs Pony kaufe, dann werde ich auch 2.000 Euro dafür bezahlen müssen. Ich glaub, ne, dass sich das an den ausländischen Markt richtet, Percy. Oder, es ist explizit dafür, ich, ich ruf morgen mal an, ich guck mal. Ähm, das ist sogar gesetzlich geregelt, dass die da den Händlern nicht reinreden dürfen. Ja, ist ja auch unverbindliche Preisempfehlung, ne? Also, die dürfen das, aber man kann ja mal fragen, ne? Äh, kaum, auch hier ist das Modell 10k günstiger, schreibt der Roman. Also, Roman ist auch Schweizer, der sieht das auch so. Sebastian schreibt, Nvidia findet es auch bestimmt ganz doll doof, dass ihre Karten jetzt 30-50% mehr wert sind. Ja, das Problem ist halt, dass wirklich die Inflation, ne? Also, die Inflation wird uns alle treffen und wirklich mehr im Geldbeutel hat man dann nicht. Man hat zwar, äh, gefühlt mehr, aber kann sich nicht mehr davon kaufen, ne? Und so geht's ja dann Nvidia auch. Wer gibt für einen Skoda denn 75.000 Euro aus, fragt der Analoge und muss man mal sehen. Vielleicht findet sich jemand. So, ähm, eventuell war ja der diesmal drin gesessen oder der Papst. Also, Hexter meint, dass dadurch eine Wertsteigerung gekommen sein könnte. Das will ich natürlich nicht ausschließen. Äh, hier gibt's ein neues, scheinbar ein neues Smiley irgendwie. Äh, willkommen im Kapitalismus, schreibt der Dr. Schepper. Der Alex schreibt, 0 Kilometer glaube ich schon mal nicht. Die Enyaqs werden mit ca. 60 bis 300 Kilometern ausgeliefert. Ja, ein paar Kilometer wieder schon haben. Also, ja, bitte anrufen und gegebenenfalls dann an Skoda melden. Das gibt einen auf den Deckel. Rede ruhig, was ist lustig. Nein, schreibe ich nicht. Äh, das glaube ich dir, dass die Schultern wehtun, wenn man immer einen halben Meter vor dem Boden die 90 Kilo plus X nach oben drücken muss. Toll. Ich werde nur verarscht hier. Ähm, Carbon-Trommelbremsanlage. Aha. Hat der hinten, naja, der hat ja auch Trommel hinten, ne? Vielleicht ist da Carbon drin. Das könnte sein, Peter. Ähm, hoffe der hat wenigstens den beleuchteten Kühlergrill. Den hat er auf jeden Fall. Das siehst du auch auf den Fotos, dass er den hat. Also, Elone Tello ist das erste Mal dabei. Äh, also sei herzlich willkommen. Mach mal hin. Jeden Morgen steht ein Dummer auf, man muss ihn nur finden. Äh, ein Rolex, eine Rolex Explorer 2 hat einen Listenpreis von 5.950 Euro. Ab 1.1.2022 6.650. Wenn du eine gebrauchte unter 9.500 findest, sag Bescheid. Sagt das Socket-Tuning. Dazu möchte ich aber sagen, das ist ja ein Sammlerobjekt. Ist jetzt ein Skoda auch schon ein Sammlerobjekt? Das ist vielleicht der Preis für Dänemark, sagt da Peter. Ja, die Dänen haben eh alle mehr. Ähm, so, jetzt, ich scrolle hier gerade durch und stelle fest. Ich glaube, ich muss nochmal ein bisschen aktualisieren. Also, Spocken1980 hatte ich. Wir schreiben uns gerade nochmal auf, Gott sei Dank sind heute keine Liegestütze mit Punkten dazugekommen. Da bin ich ja schon mal erleichtert. Baschi hat im 9. Monat abonniert. Vielen Dank, lieber Baschi. Very appreciate it. Eine Liegestütze. Dann, ähm, hau raus, die Liegestütze. Der Zippo385 hat im 11. Monat abonniert. Danke, lieber Zippo. Eine Liegestütze. Ähm, dann der Hoko76 hat 100 Bits gechiert. Der Jürgen hat 100 Bits gechiert. Und der Erich hat auch 100 Bits gechiert. Zusammen 300 Bits. Vielen Dank, wäre ihr appreciated. So, ähm, der Rino hat, ähm, einen Monat auf Stufe 1 abonniert. Danke an, äh, H. Heinzig für mein Geschenkabo. Rino Nashorn hat dann noch eins selbst rausgehauen. Vielen Dank, Rino Nashorn. Elektroinien hat 101 Bits gechiert. Wahnsinn, was heute wieder los ist. 101 Bits. So. Vielen Dank, lieber Elektroinien. Hampus01 hat, ähm, 8. Monat der Stufe 1 abonniert. Schreibt abends, abends. Eine Liegestütze. Was, was, was? Ich hab dauernd wieder Geräusche auf dem Ohr. Halbchen, also bis hierhin 2497 Bits. Aber wir müssen ja, ähm, 1.000 abziehen, die ich schon hatte. Also 1.497 Bits bis hierhin. Ja, wahnsinn. Weihnachten, ne? So, äh, danke für das Follow. Y-Lo. Dann der Elon Tello hat auch gleich mal 300 Bits, 400 Bits rausgehauen. Du bist heute das erste Mal da und gleich 400 Bits. Was ist denn da los? 400 Bits. Vielen herzlichen Dank, wäre ihr appreciated. Und der Kurdi ist aus dem, äh, Urlaub zurück. Und, ähm, Hurgada war. Das war's, glaub ich, Kurdi, ne? Hurgada. Und da hat er gleich mal 15 Community Subs mitgebracht und die gegiftet. Ähm, lieber Kurt. Vielen herzlichen Dank, wäre ihr appreciate. Dann schreib ich das hier grad mal auf, wo wir jetzt sind. 15 Community Subs plus 10, 19. Das heißt, wir sind schon, äh, bei, mein, mal, 15. 14 plus 15 sind 29. 29 Liegestütze haben wir schon. Ach, du Scheiße. Mir tut doch jetzt schon die Schulter weh. Okay, ich glaub mir, dass das heute lange gut geht. Dann der Tombl, 100, followed me. Vielen Dank, Tombl. Der Nikon hat, ach du Scheiße. 10 Community Subs gegiftet. Das heißt 39. Ich komm heut nicht runter davon. Mir tut jetzt schon die Schulter weh vom letzten Mal. Der Elon Nitello hat nochmal 100 Bits hinterhergehauen. Vielen Dank, Elon Nitello. Very appreciated. Dann der What's to the Veers hat im 18. Monat auf Stufe 1 abonniert. Jepi schreibt doch. Vielen herzlichen Dank. Der Bernie hat zwei Community 1 Abos gegiftet. Vielen Dank, Bernie. Very appreciated. 1, 2. Dann der Fernogras hat auf Stufe 2 abonniert. Und das im zweiten Monat. Das heißt, drei Abos. 1, 2, 3 Abos. Ihr macht mich kaputt. Der Daniel hat im 16. Monat abonniert. Vielen Dank, lieber Daniel. Very appreciated. Eine Liegestütze. Diesel Mar schreibt der Roman The Arm. Viele habe ich nicht mehr drin. Oh, ein bisschen was habe ich noch. Muss ich noch ein bisschen Cola nachfüllen? Vielen Dank, Roman. Roman The Arm hat dann nochmal 100 Bits hinterhergechirrt. Vielen Dank, Roman. Very appreciated. Und der Ferguras13 hat nochmal 500 Bits gechirrt. Was ist denn los hier? 500 Bits. Schreiben wir uns auf. So, ich muss wieder 10 Liegestütze wegmachen. Glücklicherweise heute tatsächlich keine Kanalpunkte bisher in Liegestütze umgewandelt. Da danke ich euch, dass ihr so viel Rücksicht auf mich nehmt. Hättest du darum? Ja, guck mal, was er eingestellt hat, der Sauhund. Dafür gehört er echt gelünscht. 25, 250 Millionen. Dafür sollten wir alle abschalten, jetzt sofort. Ja, Otto, gibt's da einen Trick, um wieder aufzufüllen? 9, 10, 10. Die Schulter tun weh. Wir werden da schon nicht bekommen. Von den alten sind jetzt noch 25 übrig. Von den neuen reden wir noch gar nicht. Also dafür gehört er schon. Ja. Also auf den 1 rein, wenn ihr dafür seid. Was? Was ist denn? Was gibt's denn? Gibt's irgendeinen Aufstand im Discord? Nee, du wirst es schon sehen. Was ist denn? Was sind jetzt mit den ganzen Einsen? Ich weiß gar nicht, was los ist. Gehen wir rüber zu Polcat? Ja. Ja, ich würde auch sagen. Was ist denn los? Was ist denn los? Wo klemmt's denn? Womit seid ihr denn einverstanden? Dann äußert mal, was ihr nicht in Ordnung findet. Was wollen wir noch hier bei diesem Punkt, Punkt, Punkt? Worum geht's denn? Ich weiß gar nicht, was los ist. Dann klärt mich doch mal auf. Du weißt es schon, um was es geht. Inflation, lieber Otto. Wir werden heute keine Punkte eingesetzt, Michael. Kein einziger. Bewerdet. Wir sehen doch an dem Skoda Enyaq, dass bewährte Produkte momentan einer... Bewerde. Begehrte Produkte einer besonderen Preissteigerung unterliegen. Und das ist natürlich mit den Kanalpunkten etwas anders. Okay, ich stell's wieder um. Ich hab nur gedacht, warum dauert das so lang, bis ihr das merkt? Das ist ja... Hat ja ewig gedauert. Michael, weil heute keiner Punkte einsetzt. Weil du das verboten hast, oder wie? So. Richtig. Ja, so ist es. Der Kerl dominiert hier den ganzen Kanal. So, ich setz wieder runter. Moment, wie viel hab ich denn Liegestütz? Aber findet ihr wirklich 249.850.000 zu viel? Die find ich nicht. Ein wenig. Okay, komm her. Was haltet ihr davon? Also, ich setz sie jetzt mal ein bisschen runter. Was haltet ihr davon? Wen oder weniger, oder was? Ja, wir können weiter zu Polkett gehen. Okay, okay. Ich mach noch. Tschüss, Michi. Leb wohl. Aber eine gewisse Erhöhung. Eine gewisse Erhöhung muss ich machen. So. Das ist aber in Ordnung jetzt, oder? Ja, das können wir gehen lassen. Okay, weil es kann jetzt sein, dass das immer nur auf dem gleichen Preis bleibt. Da müssen wir jetzt auch ein bisschen was machen. Gut. Also, haben wir das jetzt auch gemacht? Du könntest wenigstens einen Jahresendrabatt machen. Nee, einen Rabatt gibt's auf keinen Fall. Dieses Produkt lief im letzten Stream so gut, dass ich den Preis nicht runtersetzen kann. Das geht ja gar nicht. So. Also, ich könnte es ja bei mir runtersetzen. Für dich. Ja, aber das zählt ja nicht, Otto. Das sind ja verschwendete Punkte. So. Also. Ich hoffe, dass der Sturm im Wasserglas damit... Jetzt schreibt... Wer schreibt? Roland? Nee, wer hat jetzt 25.000 geschrieben? 25.001 ist in Ordnung. Nein, kein Weihnachtsrabatt auf die Liegestütze. Das geht nicht. Leute, die Schulter tut weh. Also, ich finde, du könntest... Also, ich finde, du könntest anbieten, zum Beispiel, vier zum Preis von drei. Seht doch, da hat jetzt schon der Hampus, hat schon hier wieder eine Liegestütze von wegen. Die gehorchen dir gar nicht, Otto. Nee, der ist ja nicht da dabei gewesen. Der kann das gar nicht gehört haben. Toll. Die die vielen Punkte haben, die haben sich alle zurückgehalten. Gut. Also, ähm... Ich schreibe jetzt erstmal wieder auf. Der Code hält. Follot mir. Vielen Dank fürs Follow. Jetzt habe ich es runtergesetzt und werde direkt wieder bestraft. Der Erich hat fünf Community-1-Subs gegiftet. Vielen Dank, lieber Erich. Weri-Ebri schädet. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also, ich habe jetzt schon allein neue schon wieder. Also, 39, 44, 49, 51 neue schon wieder. Und jetzt kommt noch dazu, äh, der Holger... Warte mal, wo ist es denn hin? Ach, da. Genau, der Holger hat auch, äh, mit Prime abonniert im elften Monat. Holger, vielen herzlichen Dank. Weri-Ebri schädet. Hallo zusammen. Bloß eins. Vielen Dank, lieber Holger. Ich weiß nicht, wie ich das mahnen soll. Und von den Alten sind noch 25 übrig. Aber ich will mich auch nicht beschweren. Ist ja auch schön. So, Imko Oha, der hawaiianische Imker, hat 100 Bits gejiert. Vielen Dank, Imko Oha. Weri-Ebri schädet. Elektro Heike... Ah, nee, die Liegestütz vom Hampus muss ich noch aufschreiben. Habe ich nicht gemacht. Hampus, vielen Dank. Mach meine Schulter ruhig kaputt. Das ist die operierte Schulter, da ist die Platte immer noch drin. Wahnsinn. Elektro Heike hat ein Community-1-Sub gegiftet. Heike, vielen Dank. Weri-Ebri schädet. Eine Liegestütz. Der Rechu hat taus... Tausend Bits gejiert. Was ist denn heute los? Tausend Bits. Da machen wir direkt eine Liegestütz draus. Vielen Dank, lieber Rechu. Der H.H. hat fünf Community-Subs gegiftet. Vielen Dank, lieber H.H. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich mach gleich mal wieder zehn weg. Mal sehen, die von heute, die noch übrig sind, muss ich auf jeden Fall wegmachen. Oh. Oh. Eins. Drei. Drei. Zuhu. Oh. Der 30. ist der Donnerstag. Da geht ja wieder was. Oh. Leute. Da wird der Leid. Mir wird jetzt schon so warm, dass ich eventuell meinen Ben-Merch ausziehen muss. Und das möchte ich heute um jeden Preis vermeiden. Da ist das die Lotto-Merch darunter. So, 15 Liegestütze noch vom letzten Mal. Der hält wenigstens warm. Der Ben-Merch hält warm, genau. Und der kratzt auch nicht. So, jetzt sehe ich da. Philipp hat im 22. Monat auf Stufe 1 abonniert. Lieber Philipp, vielen Dank, wer ihr hier brischedet. Eine Liegestütze. Ich mache einen neuen Zettel. Und einmal die Yonity-Laden. Vielen Dank, lieber H.K.L., dass du einmal die Yonity-Laden gemacht hast. Dankeschön. Das mache ich auf jeden Fall. Und ich werde an dich denken, H.K.L. als einer derjenigen, der die Punkte sinnvoll einsetzt. Vielen herzlichen Dank. So, der Hampus01 hat 10 Bits nochmal gecheatet. Vielen Dank, Hampus01. 10 Bits. Jetzt zähle ich aber erstmal zusammen, wie viel jetzt da zusammengekommen sind. Weil ich verliere schon den Überblick. Also, 39, 15, 15, sind also 44, 54, 59, 61. 61 habe ich jetzt auf jeden Fall hier. So, Punkte müssen wir uns aufheben. Die beiden Zettel sind wichtig. So, und 15 noch vom letzten Mal. Noch 15. Da muss ich auch noch wegmachen. Gut. Jetzt. Du bist echt ein Heini, Heini. Aber echt. So, 62. Vom Heini nochmal. Die Punkte. Ich sage ja, das ist alles viel zu preiswert von den Kanalpunkten. Und der Otto hat seine Armee nicht im Griff. Der war früher mal eine Respektsperson, aber das hat irgendwie auch nachgelassen. Der wirkt viel zu, viel zu sympathisch, ähm, ähm, äh, zu menschlich, ne? In seinen ganzen Livestreams. Ein Wildschwein findet auch mal ein Chor. Schreibt da Devil Bin, was auch immer er meint. Socket Tuning schreibt die Explorer. Ist kein Sammlerobjekt. Die schleppt man durch die Gegend. Was echt? Ich kenne mich ja mit Uhren gar nicht aus. Ich habe keine Uhr. Ich habe zwar noch zwei, drei alte Uhren irgendwo in der Schublade liegen. Aber die trage ich nicht. So, wir gehen mal weiter. Ähm. Gut, dass ich die Punkte rausgehauen habe, als sie hier noch was wert waren. Schreibt da Analogon. Ja, die Preise sind ja wieder gefallen, Analogon. Ähm, Test. Ich verstehe das Ganze hier mit Twitch nicht. Ist das dann, war das, wurde das gesprochen oder nicht? Ach, das war Dieselmarsch. Ah, Dieselmarsch war das. Okay. Frohe Weihnachten. Haha. Hier sind jetzt ein paar. So, jetzt kommen die ganzen Einsen. Da, wo ihr rumgeheult habt. So. Ähm, Twitch ist doch einfach. Der Michi streamt. Wir spenden etwas Geld, damit der Michi morgens nicht zu früh ausstehen muss. Elektro-Ideen. Das ist genau die Zusammenfassung, die wir gebraucht haben. So funktioniert Twitch. Sebastian schreibt, Abzocker. Kommt noch was von Belang? Ja, Peter. Sobald ich hier durch bin. Ich werde ja nicht in Ruhe gelassen. So. Ähm. Buh, 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 buh. Gehen wir mal weiter runter. Was ist denn hier los? Zieh dich aus, schreibt der Frank. Der Frank. So. Ähm. Meine Bits oder was das auch ist, kannst abziehen bei Liegestütz. Dankeschön, Elo. Vielen Dank. Und jetzt sind wir auch runter. Wer hat an der Uhr gedreht? So. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Also das Thema, ähm, Skoda Enya kam wir durch so weit. Wir sind uns alle einig. Grundsätzlich Marktwirtschaft. Und ich werde wohl morgen mal dort anrufen und fragen, ob das ernst gemeint ist. Und jetzt kommen wir zu einem Interview, was, ähm, äh, ENBW mit Edison geführt hat. Und, äh, da fand ich so ein paar Aussagen recht interessant. Ähm. Ähm, und zwar zunächst erstmal etwas, was ich auch immer gesagt habe, nämlich, dass man diese Investitionen in Ladeparks eben nicht, äh, nur kurzfristig rechnet, sondern eher langfristig. Und, ähm, ich mache jetzt, da das jetzt ein ganzes Interview ist, ich werde nur Auszüge davon vorlesen, mache ich jetzt hier erstmal das in extra, in einen extra Browser. So, zack. So, und werde die Abschnitte, die ich interessant finde, daraus werde ich dann zitieren, damit ich keinen Ärger mit Edison bekomme, ne? Ganz wichtig. So. Ähm, okay. Ah! Das war schon mal nicht gewollt. So, jetzt gucken wir mal, jetzt muss es passen. Jawohl. Also, im Ruhrgebiet hat ENBW gerade seinen größten Schnellattepark eröffnet, doch zwei Dinge gefährden den weiteren Netzausbau, warnt ENBW-Manager Silober. Da geht es natürlich auch ums Deutschlandnetz und um die Gewissheit, äh, die Ungewissheit, die da mit einhergehen. Also, alles nicht ganz so einfach, kann ich auch durchaus ein Stück weit nachvollziehen. Und jetzt kommen wir aber, ähm, da drauf, äh, was er so im Großen und Ganzen gesagt hat. Also, grundsätzlich bei der Größe, ähm, äh, gehen sie wohl davon aus, dass sie 15 bis 20, ein Teil davon mit, äh, b-b-b-b-b, halt ganz unterschiedliche Größe, genau, dass sie grundsätzlich unterschiedliche Größen errichten. Also, sie haben jetzt einen mit 50, ähm, Ladepunkten ja eröffnet mit 300 Kilowatt oder bis zu 300 Kilowatt. Und die Größe wird sicherlich den grundsätzlichen Bedürfnissen angepasst. Dann, ähm, bieten sie halt auch Toiletten und kostenloses WLAN an, hat er dann nochmal betont. Das ist ja auch positiv. Und dann, ähm, äh, zur Auslastung haben sie was gesagt, ne? Ähm, dup, 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 dup. Sie gehen davon aus, dass ich das Hyperhub schon bald, äh, genau. Also, Edison hat gefragt, und sie gehen davon aus, dass sich der Hyperhub schon bald rechnen wird mit der rasant wachsenden Zahl von Elektroautos und Ladesessions? Fragezeichen. Und darauf hat der Herr Silober folgendes geantwortet. Wir berechnen Infrastrukturinvestitionen in der Regel über 15 Jahre. Wobei das in meinen Augen auch nicht hundertprozentig korrekt ist, weil zum Beispiel der Netzanschluss müsste eher 30, 40 Jahre gerechnet werden, weil der halt auch so eine Abschreibung hat. Also, ob das sich auf die gesamte Infrastruktur, ähm, bezieht, was er da sagt, weiß ich nicht. Also, ich gehe davon aus, Netzanschluss eher 30, 40 Jahre. Aber wir sehen schon, sagt Herr Silober, dass die Nutzerzahlen deutlich höher sind, als wir ursprünglich kalkuliert hatten. Wir liegen aufgrund der stark steigenden Neuzulassung von Elektroautos über Plan. Also, sie sind, ähm, jetzt schon besser dabei, als sie gedacht haben. Laut dem Interview mit Edison, ähm, Punkt Media ist übrigens die Seite. Ähm, wenn das so weitergeht, wird sich das für uns schon ab 2025 rechnen. Also, äh, das ist doch mal eine Aussage, die kann man, äh, äh, doch nur positiv werden. Oder wie seht ihr das? Also, die Entwicklung scheint auch besser zu sein, als zumindest EnBW, das erwartet hat. Gibt's Meinungen dazu im Discord? Nein, gibt keine Meinung. Gehen wir direkt weiter. Dann hat er noch über, ähm, Grundstücke gesprochen und, äh, dass das schwierig ist, dort auch welche zu bekommen. Ähm, ideale Mischung laut Herrn Silober ist, äh, eine Mischung aus Fernstraßen und, äh, äh, suburbanen Standorten. Also, sie werden da einen Mix beibehalten, ähm, die direkten Autobahngrundstücke, äh, Moment, und es ist sehr schwierig, direkt an der Autobahngrundstücke von 3000 Quadratmeter Größe zu bekommen. Ja, bestehende Raststätten sind schon verplant, laut Herrn Silober, da kommen sie sowieso nicht hin und da würden sie auch zu viele Parkplätze wegnehmen, weil sie ja diese Hubs da auch bauen. Sie, äh, sind ja schon recht platzintensiv. Und ich vermute mal, dass sie auch Grundstücke kaufen. Also, ich gehe nicht davon aus, dass sie alles nur pachten, sondern INBW wird sicherlich Grundstücke kaufen und die werden dann gar nicht abgeschrieben, weil die werden ja in der Regel sogar mehr wert, ne? Das ist also kein Aufwand, den man dann hat und das spielt dann auch in der, ähm, Kalkulation höchstens bezüglich eventueller Finanzierungskosten eine Rolle. Und da stellt sich halt die Frage, ob sie da im Moment überhaupt Finanzierungskosten, äh, nennenswerter Höhe haben. So, ähm, äh, zu sagen, dass es schlechter ist, wäre auch nicht super, schreibt der JKEV. Also, du bist der Meinung, dass das eventuell eher für die Investoren gedacht ist, dass er das so sagt? Ich glaube es aber nicht. Wenn er sagen würde, wir liegen voll im Plan, würde ja auch ausreichen, ne? Also, ich vermute schon, dass diese Aussage, die er da getätigt hat, ähm, dass die, äh, durchaus den Tatsachen entspricht und der Wirklichkeit entspricht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da irgendwas erzählt, was nicht stimmt. Was heißt, ab 2025 rechnen? Also, dann sind sie im Plus. Ja, also, ab da machen sie wahrscheinlich Gewinn. Und sie brauchen dann wahrscheinlich nochmal ein, zwei Jahre, um die Anlaufverluste auszugleichen. Aber es ist davon auszugehen, dass sie auf ihre Gesamtkalkulation von 15 Jahren dann wohl auch mit so einem großen Hub im Plus sind. Dass sie also wirklich Gewinn machen mit diesem Ladehub. Er hat sich dann auch nochmal zu den Preisen geäußert, da kommen wir dann gleich noch dazu. Ähm, dann wurde auch gefragt, was er von AC, AC-Ladern in der Stadt, ähm, hält und ob er da investiert. Er sagt, ähm, nein, sie investieren nicht mehr in AC-Ladern im, im urbanen Bereich, weil sich das für sie wohl nicht lohnt. Sie bieten das nur noch Unternehmen an, AC-Lademöglichkeiten, äh, aber nicht mehr im öffentlichen Raum. Äh, das sagt der Zielober, denn es ist sehr schwierig, damit die Kosten zu decken. Die Auslastung ist tagsüber niedrig und nachts hängt ein einzelnes Auto viele Stunden dran. Und ich denke, da ist was dran. Und deshalb halte ich auch einfachere Ladelösungen mit, ah, mit niedrigerer Ladeleistung und mit einem niedrigeren Installationsaufwand im urbanen Bereich für sinnvoller als eine 22-KW-Ladebox dorthin zu stellen. Und, ähm, ENBW geht aber davon aus, dass Schnelllader die Zukunft sind und dass auch Leute, die innerstädtisch wohnen und keine Lademöglichkeit haben, in Zukunft an Schnelllader fahren werden, um ihr Auto aufzuladen. Also, der Herr Zielober hat eine andere Überzeugung als ich, weil ich hoffe ja, dass wir eine Infrastruktur kriegen, die das Laden mit geringer Geschwindigkeit auch an den Stellplätzen, an den öffentlichen, über Nacht möglich macht. Der Herr Zielober glaubt da aber nicht dran. Der Herr Zielober denkt, DC-Schnelllader, das ist die Zukunft. Damit kann man auch Geld verdienen als Betreiber, weil über die schiere Energiemenge, die dort abgegeben wird, die ist, äh, die ist halt um ein viel, 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 vielfaches höher als an einem AC-Lader. Und das ist auch so. Und deshalb spielen auch diese Kosten, das sag ich ja immer wieder, die Kosten sind halt nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Auslastung. Und wenn die Auslastung passt, kannst du ja an so einem Schnelllader unfassbare Energiemengen absetzen. So, gucken wir mal, was ihr dazu sagt. Äh, Stimmen aus dem Discord? Das wird wohl so sein. Ja, sieh ich genauso. Äh, das Beispiel ist Dresden. In der Plattenbar sieht man, sei ich, vier APCs von Albitrowegsteben. Ronny, Ronny, ich muss dich kurz unterbrechen. Du bist nicht zu verstehen. Du musst mal an deinem Mikro arbeiten. Äh, ich versteh dich nicht. Es tut mir leid. Kannst du es näher ranhalten oder lauter stellen? Es hört sich auch sehr robotermäßig an. Ich weiß nicht, wie der Rest das, äh, versteht ihr den, Ronny? Nein, Ronny. Nein. Nein. Also Ronny, es tut mir leid, du musst dir mal ein anderes Mikro besorgen. Das ist echt von der Qualität her. Sorry, ist nicht böse gemeint. Okay, vielleicht probier das nochmal mit... Äh, jetzt besser. Jetzt ist es etwas besser. Was wolltest du sagen? Ja, also ich für, ich kenne es so aus Dresden zum Beispiel, da stehen mitten im Wohngebiet in der Plattenbohrsiedlung, elf Geschosser, vier APCs von Albitronic, Vollausbau. Ja, und funktioniert wunderbar. Und sehr gut angenommen. Okay, also Ronny meint auch, dass Schnellladen die Lösung sind. Oder die Zukunft sind. Okay, also... Also, warte, Michi, ich würde noch gern was dazu sagen. Ich glaube, das Thema AC-Laden im urbanen Bereich ist eine Aufgabe sowohl für die Städte als auch für die jeweiligen Stadtwerke. Danke. Da hast du mir jetzt irgendwie abgenommen. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, das sehe ich auch gar nicht anders. Das sehe ich wie ihr. Ich bin ja der Meinung, dass das ENBB machen muss. Aber der Herr Sielober denkt ja sogar, dass DC-Laden grundsätzlich die Lösung ist. Also, er, wenn ich ihn richtig verstanden habe, sieht es nicht so, wie wir jetzt, dass die Stadtwerke und die Stadt für diese Ladeinfrastruktur im urbanen Bereich sorgt, sondern er glaubt, dass grundsätzlich die Lösungen Schnelllader sind. Und der Ronny hat ja gesagt, dass es in Dresden auch so ist. So, und jetzt geht es dann... Ich weiß nicht, wollte noch jemand was sagen? Entschuldigung. Ja, ich kann mir auch noch vorstellen, dass Parkhausbetreiber oder Tiefgaragenbetreiber, also öffentliche Parkhäuser, dort auch nochmal aktiv werden können, weil sie damit nochmal einen zusätzlichen Anreiz bieten für ihre Plätze. Ja, auch noch ein Punkt, genau. Und ich, wie gesagt, bin der Meinung, das müssen auch keine 11 kW sein. Wenn dort jemand einen Stellplatz hat, den auch wirklich über einen Monat oder mehrere Monate mietet, dann reicht ihm, wenn er da 2,3 kW oder 3 kW laden kann. Mehr brauchen wir gar nicht. Ja, auch am Park & Ride zum Beispiel. Wie bitte? Am Park & Ride zum Beispiel würde auch völlig reichen. Ja, genau. Einfach nur, dass man sein Auto abends wieder mit ein paar Kilowattstunden mehr abholen kann. Reicht vollkommen, sehe ich wie ihr. Ich lese jetzt aber nochmal in den Chat rein. Aber warum bietet EnBW auf das Deutschlandnetz nicht mit? Die werden auch auf Lose mitbieten. Hat er auch schon gesagt, steht auch in dem Interview. Sie werden sich das aber genau angucken. Und er sagt halt auch, dass das Deutschlandnetz nicht bestehende Infrastruktur kaputt machen darf. Im Sinne von, dass sich das nicht mehr rechnet, sehe ich auch so. Aber das hat die Bundesregierung ja im Auge und will dann auch die Ladeparkbetreiber unter Unständen entschädigen. Wie das alles wird, wird man halt sehen. Das hält aber viele vom Kauf ab, wenn es keine Laternenparker gibt. Also Laternenlader oder Möglichkeiten zum Laden von Laternenparkern. Genau, Kilroy. So, Kimi schreibt, wie sieht es eigentlich mit Laternenladern aus? Tut sich da bald mal was? Ja, in Berlin. Insgesamt ist es ein schwieriges Thema. Äh, ja. Dann der CKiW schreibt, der Wasserkopf kann mit A10 nicht bezahlt werden. Wenn man klug baut und keinen Wasserkopf hat, dann geht das aber schon. Kommt halt darauf an, wie muss ausgestaltet. Ich sag mir mal, also Typ 2 Lader hinzustellen, ich weiß nicht, ich glaube, das ist wirklich schwierig. Und dann gibt es noch Vandalismus und so weiter. Oder, ja, und dann stehen Autos lang, laden wenig. Schwierig. Ähm, Wuschelt schreibt, ja klar, Schnelllader als Ersatz für die aktuellen Tankstellen, bis die Flächeninfrastruktur aufgebaut ist. Ja, auch eine Idee. Ja, stimmt. Ähm, what's to the wheels? Profitipp, wenn ihr mal vergessen habt, wo ihr euch geschnitten habt, esst einfach eine Mandarine, dann wisst ihr wieder Bescheid. Okay, also, ähm, kein, keine, kein Scheunt mehr heute für Sebastian. Ähm, der Amiga schreibt sogar, das AC-Laden wird aussterben. Das glaube ich überhaupt nicht. Oder meinst du das öffentliche AC-Laden? Weil bei Arbeitgebern, äh, ja, zu Hause, äh, da wird es AC-Laden immer geben. Und das ist auch erforderlich, weil in meinen Augen auch, um, damit das Netz auch die Leistung bringen kann, wird man nicht immer mit höchster Leistung laden können. Also, ich weiß nicht. Man wird sehen, wie die Zukunft wird, klar. Ähm, Killroy sagt nur, Schnelladen schade dem Akku. Wer möchte das auf Dauer? Ist auch ein Aspekt, darf man nicht vergessen, genau. Ähm, sehe ich auch so, schreibt der Jörg. Man weiß halt nicht, was er auch so sieht. Äh, aber es heißt auch immer, dass CCS-Laden für die Akkugesundheit auf Dauer nicht so gut ist. Also, Kimi schlägt auch da in diese Kerbe. Ähm, Highspeedfreak, buh, 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 schreibt, ich sehe das so. An der Autobahn DC laden mit hohen Kosten, in der Stadt Parko-Funktion mit 3,5 kW. Ja, es müssen halt nur die Lösungen her, ne, aber die wird es ja irgendwann geben. Ähm, äh, wenn man DC baut, kann man nicht AC gut reden, schreibt der JKEV. Das ist ein guter Hinweis. Das, also, äh, Interesse von ENBW ist ja offensichtlich die Schnellladeinfrastruktur. Ähm, gute Nacht bis an Silvester. Gute Nacht, Frank, danke fürs Vorbeischauen. Äh, der Percy schreibt, der Strom ist so teuer im Moment, ich sehe da echte Probleme. Ich hoffe nicht, Percy, dass das auf Dauer ein Problem sein wird. Moment, da will ich auch gerade mal, hatte ich ja vorhin gesagt, mal gucken, ob ich aktuell noch einen günstigen Tarif bekommen könnte. Wir gehen mal auf Verivox, damit wir heute mal was anderes nehmen. Ich gucke gerade mal, wie der Strompreis aktuell für mich wäre. Vergleich fortsetzen. Er macht schon Tarifsuche. So, ähm, also wir wollen einen etablieren, oder hier Octopus. Octopus Select, kenne ich nicht. Verivox geprüft, der hat Tarifdetails. Oh, es ist echt teuer geworden. 37 Cent, aber dafür nur 10 Euro pro Monat. Neukundenbonus 89 Euro und dadurch geht es dann wieder halbwegs. Wir gucken jetzt mal, ist das schon so der Preisempfehlung? Wie kann man das noch anders? Preis plus Empfehlung. Aha. Ich weiß gar nicht, was hier der Unterschied ist. Okay. Ähm, Verivox geprüft, 70 Euro. 38 Cent. 15,40 Euro pro Monat. Jetzt gucke ich nochmal, wie viel ich aktuell zahle. Da gucken wir jetzt gerade nochmal. Ich habe ja, ähm, vor 2 Monaten oder so neu abgeschlossen. Ähm, mal gucken. Was zahle ich? Stadtwerke. Und ich habe glücklicherweise Stadtwerke genommen. Stadtwerke, Moment, Werke. Mal gucken. Äh, 18. Oktober. Stadtwerke Augsburg. Kann ich das über Check24 noch sehen? Ähm, hier Stromanbieterwechsel. Ähm, wo sehe ich denn das nochmal? Ich habe das doch schon rausgefunden. Menschenskinder. Ihre Auftragsnummer. Auftrag herunterladen. Ah, hier geht es nochmal. Gut, mein Geburtsdatum. 1. 10. 2002. 2002. So. Ich zeige euch das jetzt mal nicht, weil da sind ja auch persönliche Daten von mir dabei. Wir haben also ein Arbeitspreis brutto von 31,8 Cent. Tatsächlich. Ist gar nicht günstig. Und Grundpreis von 170 Euro im Jahr. 170 durch 12. Also Grundpreis von 14,17 Euro und einen Kilowattstundenpreis von 31,8 Cent. Und, äh, ich bekomme einen Neukundenbonus von 15 Prozent und einen Sofortbonus von 21 Euro. Also, ähm, auf die 31,83 machen wir also mal, mal 0,85. Ich zahle also jetzt aktuell 27 Cent, aber das ist auch nur für ein Jahr und durch den Neukundenbonus. Alter Verwalter. Das ist aber alles andere als, ah, boah, da war ich früher deutlich günstiger. Aber, da kann auch keinen so richtig günstigen mehr finden, ne? Boah, 38 Cent. Das ist schon krass. Und was ist das hier für ein Anbieter? Octopus Energy? Die nehmen aus 37 Cent. Da ist halt pro Monat, der Grundpreis ist relativ niedrig, ne? Also, ich gucke jetzt mal, was ihr dazu schreibt, was ihr für Tarife habt. Aber das ist schon echt erschreckend. Ähm, Rolf, äh, Cibana schreibt gerade nochmal eine Million mal 350 KW. Da habe ich übrigens ein Video gemacht, wo ich mal ein paar, äh, Rechnungen aufstelle. Ich weiß aber nicht, ob ich das online stelle. Ich werde das morgen mal, ähm, den Kaiserinnen und Kaisern und den Königinnen und Königen zur Verfügung stellen, damit die mir mal sagen, ob man das online stellen kann. Ob man überhaupt versteht, was ich da labere und ob das Sinn ergibt. Also, bei Google sind die meisten Ladungen, 99 Prozent sind AC. Ähm, genau. Hexer sehe ich auch so. AC-Laden ist viel praktischer als DC-Laden. Habe keinen Bock zu waden. Ich auch nicht. Ich komme abends heim, stecke, ähm, das Auto an und der Wattpilot macht alles für mich. Jetzt im Winter ist es natürlich schwerer mit Überschuss laden, aber in neun Monaten im Jahr lade ich eigentlich nur mit Überschuss. Lieber dreimal 3,5 KW als eine 11 KW auf die Masse verteilt. Ja, regular sehe ich genauso. Ähm, also der Udo schreibt auch was. Gut, der Sebastian findet es witzig, der Tobias scheinbar auch. Apropos Mandarine. Es gibt männliche und weibliche Mandarinen. Die einen sind ohne Grund sauer und die anderen spritzen einem. Family-friendly Content lese ich nicht weiter vor. Ähm, mal gucken, was steht da noch? Ähm, man muss den Netzanschluss nur klug auslasten. Eine klassische Doppelzäule kann das nicht, aber es gibt ja Lastmanagement, baut nur noch niemand. Aber gegebenenfalls passiert bald was. Ja, und vor allen Dingen ist es alles ja noch im Werden. Auch die Anbieter lernen jeden Tag dazu. Man wird sehen, was sich durchsetzt. Im Moment weiß es wahrscheinlich niemand abschließend, aber es ist ein schwieriges Thema, ein komplexes Thema. Amiga schreibt, bei minus 10 Grad braucht man 3 KW zum Akku aufwärmen. Mit was soll man dann bei 3,5 KW Ladeleistung noch laden? Ja, auch wieder ein schwieriges Thema. Okay, Amiga, hast recht. Gut, dass mein Stromtarif für drei Jahre fix ist. Zwei Jahre habe ich noch, schreibt der Sebastian. Hast du alles richtig gemacht? Tarifwechsel für Bleidekunden, schreibt gerade Percy. Mal gucken. Ähm, Strompreise statt mit 2, 1, Ökostrom, Basis 2, 1 Tarifzähler, Seeenergie, Ökostrom. Gucken wir gerade mal. Verbrauchsunabhängiger Grundpreis 120 Euro. Arbeitspreis je Verbrauchter 75 Cent je Kilowattstunde. Ich, mir fehlen gerade echt die Worte. Und das ist jetzt, das ist aber dieser Tarif, keine Vertragsbindung kann man sofort raus, ne? Und die bieten aber sicherlich ja auch, meine, wir nehmen jetzt mal Stadtwerke Konstanz. Wir gucken jetzt gerade mal, die werden ja auch einen Vertrag mit Laufzeit sicherlich anbieten, oder? Strom. Na? Hä? Wom geht denn das nicht? Hä? Geht mein Internet nicht mehr, oder was ist hier los? Wom geht denn das nicht? Die wissen, dass du vorbeikommst, sperren sie lieber schnell. Zustimmen und fortfahren. So, jetzt gucken wir nochmal. Ja, meinst du wirklich, das liegt an mir? So. Ökostromfix. Wir nehmen jetzt mal hier Ökostromfix. Mal sehen, ob ich da reinkomme. Ah, jetzt hat es auch hier geklappt. Dauert scheinbar nur ein bisschen länger. So, Strom, ihre Postleitzahl. Ah, da mussten wir die von Konstanz nehmen, oder? Sonst kriege ich bestimmt nichts ausgerechnet. Postleitzahl Konstanz. 78,462. 1.800 Kilowattstunden nehmen wir wieder. Jetzt berechnen. Also, bei 80 Cent oder bei 75 Cent je Kilowattstunden, da hätte ich aber ganz schnell einen großen Akku bei mir im Keller. Da könnt ihr euch aber drauf verlassen. Kati möchte wissen, wo die Sau ist. Hier, ich bin noch da. Oder was meinst du? Ja, gucken wir gleich. Also, bitte beachten Sie, dass wir derzeit aufgrund der dynamischen Preisentwicklung für Energie keine Strom- und Gastarife für Neukundinnen außerhalb der Grund- und Ersatzversorgung anbieten können. Sobald wieder Tarife verfügbar sind, finden Sie diese an dieser Stelle. So, und jetzt gucken wir noch mal bei der Rhön-Energie. Rhön-Energie-Fulda. Mal sehen, ob die noch was anbieten oder nicht mehr. Strom. Warum hast du nicht Spaß haben, weil man hier guckt, was die Grundversorgung ist, ist bei denen. Ja, das ist doch die hier. Das ist doch die, die ich gezeigt habe. Ach, das ist echt? Ja, das war die Grundversorgung, oder? Hier, das hier. Strombeistatt, Ökostrom-Basis. Ich gehe davon aus, dass das die Grundversorgung ist. Aber wir können ja gleich noch mal gucken. Jetzt gucke ich aber erst mal nach der Rhön-Energie. Postleitzahl. Petersberg. Verbrauch. So. Ein Moment. Boah. An der von Ihnen angegebenen Adresse bieten wir zur Zeit leider keinen Strom an. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Die bieten keinen Strom an. Du ziehst um in eine neue Wohnung, da stehst du da ohne Strom. Das kann nicht sein. Die haben ja eine Versorgungspflicht. Also einen Grundtarif müssen sie auf jeden Fall was anbieten. Mein Strom, Hausanschluss, Förderprogramm. Na ja, die Frage ist, wenn ich unterbrechen darf, wer ist bei dir zuständig für den Grundtarif? Moment. Da musst du vielleicht mal googeln. Warte mal, warte mal. Hier sieht man ja die Postleitzahlgebiete. 105. 36, 100. Da. 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 Das ist, die müssen da was anbieten. Das geht gar nicht anders. Nein, nein. Stopp, stopp. Die Frage ist, wer ist der Grundversorger? Es gibt nur einen Grundversorger pro Gebiet. Ah, okay. Das muss ja nicht. Da musst du googeln, wer ist der Grundversorger. Und das muss nicht Fulda sein, Energieversorgung. Hier. Rhön Energie Fulda. Grund- und Ersatzversorgung sonstige. Ah. Gucken wir mal aus Tessen jetzt. Weil jede Gemeinde meines Wissens kann den Grundversorger selbst wählen. Okay. Als Betreiber von Energie und Energie und Energie, die folgenden Grundversorger ermittelt. Rhön Energie Fulda. So, ein Detekt in den folgenden Dokumenten für Veröffentlichung und Grundversorger. Mal gucken. So. Osthessen Netz GmbH Strom. Die betreiben ja das Netz. Aber hier steht ja, Rhön Energie Fulda als Grund- und Ersatzversorgung. Das heißt also, sie müssen auf jeden Fall Strom anbieten. Du musst da wahrscheinlich dort direkt hingehen oder anschreiben oder nachfragen. Das ist ja echt ein Ding. Pflichtangaben, haben sie da was? Kundeninformationen zu Online-Streit. Wo brauchst du denn? Grund- und Ersatzversorgung Strom. Da ist es. Preisblatt, Rhön Strom, Komfort mit Schwachlast. Ohne Schwachlast, Privatkunden. Was heißt das denn? Preisblatt, Ersatzversorgung, Rhön Strom. Preis, Komfort. Mal gucken. Ja, hier sind wir. Arbeitspreis Kilowattstunde 61 Cent. Weil ich noch was ergänzen darf. Du siehst meistens an den Lieferanten oder an den Stromanbietern, die keine eigene Kraftwerke haben. Die haben derzeit sozusagen geschlossen. Du kriegst nur noch da eigentlich jetzt bei den Versorgungen, die auch eigene Kraftwerke betreiben, die sozusagen das absichern können oder halbwegs abschätzen können, wie sich der Strompreis entwickelt. Wie zum Beispiel hier EnBW, die haben ja selbst Kraftwerke, die können ja selbst längere Kontrakte. Die können noch ein bisschen was anbieten, weil sie halt selbst Betreiber sind. Aber alles so Kleinbetriebe wie Maingau, die keine eigenen Kraftwerke haben, die alles zukaufen müssen, die sind natürlich total jetzt gerade nicht in der Lage, was zu geben. Aber Maingau gehört ja eigentlich zu E.ON, oder? Ich glaube, Maingau gehört zu E.ON. Jetzt guck mal. Oh! Oh! Alter Schwede! Ach nee, hier, guck mal. Das ist ja... Also, Entschuldigung. Das, was du sagst, bestätigt sich gerade. Verbrauchspreis pro Kilowattstunde 38 Cent. Grundpreis 14,69 Euro. Und EnBW hat selbst Kraftwerke und die haben halt die höheren Rohstoffkosten, also Gas oder die Energiekosten für ihre Energieträger, die sie dann in Strom wahrscheinlich umwandeln. Die haben aber ja auch verschiedene Kraftwerke. Hat nicht EnBW auch diese Wärmekraftwerke mit Sohle, mit Erdwärme und solchen Geschichten? Ich glaube schon. Also, aber hier kann man noch zu einem halbwegs angemessenen Preis Stromtarife praktisch abschließen. Also, das muss man sich merken. Es geht schon noch, aber es wird schwieriger. Gut. Das war jetzt nur mal so eine kleine Randgeschichte. Wir gehen gleich wieder auf das vom Hensil-Ober. Ich gucke jetzt aber erstmal weiter runter. Im Fenster von dem Pony. Das ist der Tarif, wenn man durch die Pleide in den Grundtarif reinrutscht und das Anfangsdatum, der Preis ist, ist auf die Pleidewelle gesetzt. Okay. Auf der Fensterbank. Jetzt hole ich erstmal die Cardi. Ja, wenn die Cardi schon da ist, dann holen wir auch schnell die Cardi. Das ist ein schlechter Platz, Cardi. Ich hatte ja die Cardi zunächst, die saß ja eigentlich hier oben. Aber da ist auch nicht ganz zu sehen. Also, wenn ich hier die Weihnachtsdeko abgeräumt habe, muss ich mir was für die Cardi überlegen. So viel ist sicher. Ja, Sebastian. Ich gehe auch davon aus, dass das ein kurzfristiges Phänomen ist mit den Preissteigerungen. Das ist halt im Moment politische Gemengenlage, ja. Und das wird sich wieder ändern. Und vor allen Dingen, wenn solche Preise sich durchsetzen würden, dann würde natürlich, wobei du halt auch das Problem hast, das kennt auch der Otto, du kannst ja im Moment gar keine PV-Anlage errichten. Du findest keinen Handwerker. Und wenn du einen Handwerker findest, kriegt er kein Material bei. Otto, willst du dazu kurz was sagen? Ja, Material teilweise nicht. Und das wissen die Handwerker. Und darum schlagen sie auch Länge mehr Breite auf. Du bist im Moment gearscht. Anders kann man es nicht sagen. Du bist gearscht als Kunde, wenn du jetzt einen neuen Stromanbieter suchst. Und wie gesagt, ich müsste mir da echt was überlegen, weil du kriegst ja im Moment auch keine Akkus bei. BYD-Akkus kannst du jetzt bestellen, kommt aber in einem halben Jahr vielleicht. Wenn du Glück hast. Vielleicht auch erst in einem Jahr. Aber ich muss mich auf jeden Fall um einen Hausakku kümmern, weil wenn mein Tarif ausläuft, dann brauche ich was Neues. Und dann bin ich vielleicht auf dem Niveau, aber ich hoffe, dass es kurz was hier ist. Also Michi, falls es dich interessiert, ich habe jetzt gerade bei mir mal geschaut. Ich hatte bisher einen Arbeitspreis von 27 Cent pro KW und ab 01.01. erhöht mein Anbieter auf 32,96 Cent pro KW. Und ich habe jetzt mal nachgeguckt, was es mich kosten würde, wenn ich jetzt neu bei dem Anbieter abschließen würde. Und neu wäre der Preis 48,72 Cent pro Kilowattstunde. Ja, da muss man ja wirklich sagen, EnBW muss man an der Stelle loben, oder? Anders kann man es nicht sagen. Volle Preisgarantie bis 30. Juni 2023. Also da kann man im Moment sagen, was man vor einem Jahr hat man noch gesagt, bei jedem Stromwechsel oder Anbieterwechsel spart man. Dann, nee, das ist im Moment völlig vorbei. Im Moment haltet eure Verträge fest. Ja. Habt ihr das mitgekriegt mit Norwegen und Schweden? Was ist da? Die Norweger, wenn die Strom brauchen oder so, dann haben sie das immer von Schweden gekriegt. Und Schweden hat jetzt gesagt, nee, wir geben nichts mehr her, wir brauchen den Strom jetzt alles selber. Das heißt, wenn Norwegen mal irgendwie mal ein bisschen eng wird, dann stehen die Plätze ohne Strom da. Das ist jetzt die Woche gewesen. Wobei die Anlagenleistung in Deutschland, also wer steht ohne Strom da? Bitte nochmal, Tobias. Die Norweger würden dann ohne Strom da stehen. Weil die kriegen jetzt nichts mehr geliefert von Schweden. Schweden sagt jetzt so, nee, wir behalten unseren Strom selber, wir tun dann den Nachbarn nichts mehr liefern. Wir kommen langsam zu Energiekriegen. Ja, und das liegt, glaube ich, an den Gaslieferungen aus Russland. Kann das sein? Ja, größtenteils ja. Ja, aber Michael, ich habe jetzt auch mitgelesen, bei uns diesen E-Friends, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, wo du eigentlich Strom scheren kannst. Also du kannst dir ja, zum Beispiel, du hast eine PV und sagst, du verkaufst das im Nachbar billiger und solche Geschichten, die Plattform. Und da gibt es auch schon jetzt Streitereien, weil die Preise dort so extrem hoch gehen, auch bei dem Scheren. Früher war es halt gratis teilweise, wo sie den Strom den anderen gegeben hat. Und jetzt rufen sie schon Preise auf, die teurer sind als wie vom Lieferanten selber. Das ist ja eine Entwicklung dieses Jahr. Und ich wollte ja auf Wärmepumpe umstellen. Also bei den Preisen, bei den Strompreisen, brauche ich da gar nicht drüber nachzudenken. Das ist so viel teuer. Ich werde jetzt sehen, dass ich möglichst günstig nochmal 2.000, 3.000 Liter Heizöl in die Tanks kriege. Und dann werde ich die Entwicklung abwarten. Also ich brauche im Jahr mittlerweile noch so 1.000 Liter Heizöl ungefähr. 1.100. Mehr brauche ich gar nicht mehr. Ich habe versucht noch, das eine oder andere zu dämmen, noch zu verbessern. Und ich kriege meinen Ölverbrauch tatsächlich noch ein Stück runter. Und dann habe ich nochmal 3, 4 Jahre Ruhe und kann mir überlegen, was ich mache. Also was im Moment los ist, was meint ihr, wie das Familien trifft mit 2, 3 Kindern, die sowieso schon mit spitzem Bleistift rechnen müssen und dann erhöhen sich mal gerade die Energiepreise fürs Heizen, für Strom um 30, 40, 50 Prozent. Die sind doch am Arsch. Also Wahnsinn. Kim schreibt, ich habe noch Glück, mein Stromversorger hat ein AKW vor meiner Tür. Ja, das ist natürlich Glück. Wobei natürlich die Ewigkeitskosten, brauchen wir uns auch nicht vorzumahnen, die tragen ja dann wir. Also gut ist das auch nicht. Mein Gauss RWE, sagt der Martin. Gerade nochmal. Okay, nicht E.ON, sondern RWE. ENBW hat viele Kohlekraftwerke. Okay, ja, auch wieder toll. Aber das seht ihr mal. Auch um die Unabhängigkeit Deutschlands zu sichern, werden wir noch eine ganze Weile Kohle haben. Das ist halt so. Ich habe vier Monate nach dem bezahlbaren Anbieter für meine PV... Äh, ah. Ich habe vier Monate nach einem bezahlbaren Anbieter für meine PV gesucht. Aber jetzt endlich unterschrieben. 21.000 Euro für 12 Kilowatt Peak und 8 Kilowattstunden, wie weit die Akku. Lass mich gerade mal rechnen, ob ich das für günstig halte. Aber du hast ja eh nicht die Wahl, wie du schon sagst. Das ist gut, Michael. Ich glaube auch, dass es... Ich denke nur an die Kalkulation, was wir im Stream gemacht haben. Ja, warte. Ich rechne gerade mal. Also den Stromspeicher, sagen wir mal, wir gehen mal hoch rein, 6.000 Euro, bleiben 15.000 Euro durch 12. Bist du bei vielleicht 1.200, 1.250 Euro für KWP. Das ist natürlich gerade ein super Schnapp, aber ich denke, in der aktuellen Zeit hast du da alles richtig gemacht, Wuschel. Weil es ist im Moment einfach schwierig, sowas sich einbauen zu lassen und da kann ich dich nur beglückwünschen. Ich glaube, da hast du noch einen guten Deal gemacht. Was geht da bei euch ab mit dem Strom? Das ist ja unglaublich, schreibt der Roman. Ja, das ist genau meine Befürchtung. Wenn wir keinen Strom mehr aus Frankreich oder Österreich bekommen, sagt der Percy, mit dem Strom, das ist das europäische Netz. Ich habe bei EAM, schreibt der Imkoa, der Fergora schreibt, ich habe bei EAM meinen Tarif für 28,3 Cent Kilowattstunde. Hast du da auch eine Preisgarantie? Das ist halt wichtig. Ja, das ist schwierig. Ja, weil es einige Gaskraftwerke gibt. Ja, Gaskraftwerke sind ja auch ziemlich umweltfreundlich, also soweit verbrennend umweltfreundlich sein kann, aber relativ umweltfreundlich. Und wenn dann halt der Herr Putin sagt, so jetzt drehe ich mal den Gashahn ab, haben wir ein Problem. Und das ist ja auch strukturpolitisch ein Grund, warum es weiterhin auch Kohlekraftwerke gibt. Wir können uns nicht komplett abhängig machen von irgendwelchen Drittstaaten. Das ist Wahnsinn. Also ich denke mal nicht, dass Putin hier komplett zudrehen wird, weil... Ronny, es macht keinen Sinn, ich verstehe wieder kein Wort. Sorry, du musst dir einfach ein Mikro besorgen. Es tut mir leid, Ronny. Es tut mir echt leid. Aber das Kohle steigt auch in den Preisen. Die Chinesen und sonst was alles kaufen Kohle auf ohne Ende. Ja, es ist... Ja. Socket-Tuning scheint teilweise... Dann wird halt das Ruhrgebiet wieder geöffnet. Wie bitte? Dann muss halt das Ruhrgebiet wieder geöffnet werden und die alten Kohleflürze wieder laufen. Ja, dann machen wir wieder, verbrennen wir wieder Kohle. Als Socket-Tuning schreibt der teilweise, Blackout Anfang des Jahres lag auch daran, dass die Franzosen Kernkraftwerke abschalten mussten, weil so viel Personal in Quarantäne war. Da haben wir unseren Strom aus dem Osten geholt und die Leitungen haben das nicht ausgehalten. Gut, ich habe das nicht so genau verfolgt. Also es ist ja Wahnsinn. Also MS1909 verabschiedet sich. Gute Nacht. Stromio und Gas.de bieten unter der Marke Grünwelt Energie, Strom und Gas an. Gas.de wurde zum 31.12.2021 Stromio zum 21.12. die Bilanzkreise gekündigt, sodass die Belieferung mit Gasstrom bundesweit eingestellt wurde und über eine Million Kunden in die Ersatzversorgung fallen. Um den Schaden zu begrenzen, sollten betroffene Kunden nun aktiv werden. Ja, das ist glaube ich allgemein bekannt, dass es jetzt viele Billiganbieter gibt, die da Probleme haben. Und deshalb haben dann auch die Grundversorger die Preise angehoben, weil sie halt diese Neukunden nicht mit den Stromverträgen, die sie haben, abdecken können. Ähm... Äh... CD-Fighter... B-b-b-b-b... Äh... Dr. Schäber schreibt noch, vielleicht solltest du die THG-Kohle doch lieber in einen Akku und noch mehr PV pumpen, statt in ein neues Auto. Ja, es gibt kein neues Auto. Es bleibt das Pony. Das wird ja jeden Tag mehr wert. Und noch zur Info, ich will ja einen Akku, aber ich habe noch eine Kooperation vielleicht mit einem Akku. Da weiß ich aber auch noch nicht. Und wenn das halt nicht klappt, dann besorge ich mir einen B-YD-Akku. Koste, was es wolle. Wenn nicht, hole ich es mir bei dem Österreicher. So. Ähm... Putin liefert, was bestellt ist, aber nicht mehr. Das ist das Problem. Ähm... Ich zahle bei Yellow 7,98 und 30,98 Cent. Ja, das ist gut natürlich. Ähm... Eines der letzten Videos von Andrea Schmitz. Gas ist gar nicht so gut, wie man denkt. Äh, ja, okay. Jetzt geht es wieder um die Qualität und die Umweltfreundlichkeit. Ähm... Ach, Mann. Der Strom kommt aus der Steckdose. Können wir uns darauf einigen. Ich mache jetzt gerade mal ähm... zur Abwechslung mal wieder ein paar Liegestütze. Mir raucht gerade der Kopf, Leute. Also, wenn er den Österreicher mich gemeint hat, werde ich mal auch eine Preisöhrung machen, wenn er anfragt. Um so viel Prozent wie er die Liegestütze erhöht hat, oder? Aber ursprünglich. Ja. So. Das wäre ganz sicher die Lösung. Hast du wieder irgendwelche Befehle gebellt, Otto? Nö, nö, nö. Ich glaube nur, du hast Österreicher gesagt. Du holst ja den Speicher vom Österreicher. Der überlegt gerade, welche Preiserhöhung mit seinem Buchalter. Da muss ich jetzt lieb sein, die nächste Zahl zu dir. So. 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 Baustürkaufbauung, Speicheraufbauung und Überlandleitung auch. Wer das nicht haben will, der kriegt halt keinen Strom mehr. Ja. Das ist echt. Das ist so schwierig. Es ist fast so schwer wie die Liegestütz. Äh. Ich schulde euch jetzt noch 5 vom letzten Mal und noch 62 von heute, beziehungsweise bin ich überhaupt aktuell. Also, im Kaua hatte ich auf jeden Fall. So. Dann noch 10 Bits. 100 Bits. und 10 Bits. Ricola hatte ich. Habe ich den Dr. Beat und hatte ich den HKL? Nein. Hampus? Hampus hatte ich. Ich glaube, ich habe auch die 100 Bits von Imker Oha noch nicht. Kann das sein? Ja. Nein, auch noch nicht. Imker Oha, vielen Dank für die 100 Bits. Dann HKL 1000 Bits. Thank you very much. Direkt eine Liegestütz. Halt, den muss ich ja hier jetzt weitermachen. Genau, 62. Hier geht es ja weiter. Eine Liegestütz. Dann der Frank hat ein Geschenkabo verteilt. Vielen Dank, Frank. Very appreciated in hard times. Eine Liegestütz. Und der Imker Oha hat nochmal 100 Bits nachgelegt. Vielen Dank, lieber Imker Oha. Nochmal 100 Bits. Aber ich muss mir echt Gedanken machen, was ich jetzt mache. Weil Heizöl, ich gucke die ganze Zeit schon nach dem Heizöl. Ich wollte ja eigentlich überhaupt nicht mehr tanken. Und habe deshalb auch letztes Jahr, als es dann 40, 45 Cent nur noch gekostet hat, habe ich auch nicht mehr getankt. Und wenn wir jetzt mal gucken, wir liegen aktuell bei 86 Cent. Also ich zahle das Doppelte, als wenn ich letztes Jahr entsprechend getankt hätte. Also auch wieder ein Riesenfehler von mir. Einfach nur ein dummer Fehler nach dem anderen. Wir gucken mal gerade drei Jahre. Und ab 1. Januar wird es wieder teurer. Das ist noch nicht gesagt. Das werden wir sehen. Natürlich, kommt noch der Dings drauf. Nee. CO2-Steuer. Nein. Moment. CO2-Steuer. CO2-Steuer. Heizöl. Soweit ich weiß, betrifft das nicht Heizöl. So. Im Auftrag sind die Mineralölhändler dazu für jeden verkauften 1 Cent als CO2-Abgabe auf Heizöl. So. Für das Jahr 2021 hat die Bundesregierung 25 Euro je Tonne. Für dieses Jahr bedeutet das in der Praxis so hoch ist das CO2 für Heizöl. Ich denke mal, oder? Wie toll, wie das Heizöl... So ist das CO2 für Heizöl. Wo ist es denn? Das wird, glaube ich, nicht erhöht, soweit ich weiß. Dann ist das schön für dich. Ja. Nee. Wird doch erhöht. Aufschläge, die folgenden Grad wird um 1,6 Cent teurer. Ihr habt recht. Also. Auch die CO2-Steuer auf das Heizöl wird teurer. Auch da habe ich versagt. Ihr seht es hier in der Grafik. Alter Verwalter. Da gehe ich ja bald am Hungerstock, wenn das so weitergeht. Ich brauche ja die Erträge aus der THG-Quote, um allein die Energie an einem Jahr decken zu können. Nee, wohl... So schlimm wird es dann wohl doch nicht. Wie voll ist der Tank noch? Ich habe noch 1.500 Liter im Tank. Und ich brauche im Moment... Das kann ich euch ja mal zeigen. Moment, ich gucke mal gerade, ob ich euch das zeigen kann. Weil ich führe natürlich Buch. Aber du musst mit dem Rasenmäher noch tanken fahren. So, Moment, Moment, Moment. Das hier müsste ich ausblenden. Ich mache gerade... Moment, ich mache eine Kopie hier vorne. Moment, ich mache das so. Datei. Kopie erstellen. Zählerstände. Ja, komm, lassen wir so. Okay. So, ich mache gerade eine Kopie und bereite die für euch vor. Einen Augenblick. So. Du kannst aber Öl sparen, wenn du mehr Bodensuppe isst. Ja, durch die Gase, die dann austreten meinst du. Zeile 1 bis 21 löschen. So, hier habe ich jetzt keine Infos mehr. So, das hier ist jetzt ein Teil meiner, die ist halt grafisch nicht schön. Aber hier führe ich im Moment Buch. Also, hier am 17.11.2020 hatte ich noch einen Meter drin. Und jetzt habe ich noch so 1508 Liter ungefähr. Ich weiß also auch genau, wie viel Liter ich pro Stunde brauche, pro Betriebsstunde. Das sind 2,39. Diesen Wert habe ich eigentlich, der ist seit 1998 ziemlich unverändert. Das waren immer so ungefähr 2,4 Liter je Stunde. Egal auch, welchen Brenner ich drin hatte. Das hat sich nie verändert. Das wird ja auch über die Düsengröße und so weiter und über die Leistung des Kessels. Also, auch der neue Brenner hat keine Ersparnis gebracht, was das angeht. Dann, ähm, habe ich, seit ich die Heizung habe, oder, manchmal, ne, über welchen Zeitraum habe ich denn das? Moment mal. Ne, das habe ich für, nur für dieses Jahr scheinbar gemacht. Moment, das mal weg. Genau. Ähm, 495 Stunden im Jahr, genau, ähm, 2,5, ja. Das habe ich also für 3.347 Tage, also fast 10 Jahre, ne, kann man sagen, oder? Ja, fast 10 Jahre habe ich das mitgeschrieben. Ich habe also 186, äh, 1.186 Liter brauche ich ungefähr im Jahr. Aber, wie gesagt, das wird weniger, weil ich jetzt, äh, besser gedämmt habe. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt mit 1.100 oder auch unter 1.100 klarkomme. Durchschnittliche Kosten seitdem pro Jahr 759 für das Heizöl und hier habe ich dann auch, ich gucke ja immer, ne, wie viele Stunden, äh, die Heizung gelaufen hat, damit ich auch eine Prognose habe, wie lang ungefähr das Heizöl noch reicht. Ich brauche, also selbst wenn wir 0 Grad oder, ähm, etwas unter 0 Grad haben, brauche ich pro Tag im Moment so 5, 5,5 Liter. Ich habe hier also Worst Case gemacht und habe auch gesagt, 500 Liter will ich als Reserve haben. Das heißt, die sind hier nicht mit drin. Und wenn wir den Worst Case mit 7,5 Litern annehmen, dann reicht es bis 9. Mai, bis ich die 500 Liter Grenze erreiche. Wenn ich aber jetzt mal das nehme, was ich eigentlich für realistisch halte, dann habe ich noch bis Mitte Juni auf jeden Fall genug, ne. So rechne ich das. Also, ich mache mir da schon Gedanken, ne. Ich bin da jetzt nicht, äh, äh, blauäugig oder so, sondern, ähm, ich rechne damit. Äh, in Germany, wie ich es sehe, Moment, müssen wir gleich löschen. Wollte ich gerade sagen. Moment. Wollte ich nur nicht unterbrechen. Ja, ich suche gerade wieder nach dem, äh, Moment, Moderatoren-Modus muss ich anmahnen. Ich suche dich schon weg. Hast du gemacht? Dankeschön. Dankeschön. Ähm, kaufe später, ja, ich werde es beobachten. Dann, wenn es günstig ist, schlage ich zu. Ähm, aber, ich muss halt nochmal Heizöl kaufen und ich muss das mit der Wärmepumpe, muss ich es nach hinten schieben. Je nachdem, wie sich es weiterentwickelt. Was soll ich jetzt Geld investieren, wenn es dann sowieso kacke wird und dann kriegen wir vielleicht irgendwann nochmal, nochmal, ähm, noch Fördermittel für Wärmepumpeneinbau. Muss man alles mal abwarten. Schwieriges Thema. Okay, also, imkoa hatte ich und jetzt hat nochmal der Elo 200-Bits gechiert. Elo, vielen Dank, Querier-Brische-Edith. Schreibe ich mir auf. Ich möchte aber auch gleich dazu sagen, also fürs Heizöl reicht es bei mir locker. Das kann ich problemlos bezahlen, ne? Ich habe da jetzt kein Problem und ihr müsst ja auch bedenken, die THG-Quote kommt auch noch, wenn alles normal läuft und da reden wir auf jeden Fall von einem fünfstelligen Betrag. Das nur mal so am Rande, ja, wenn das alles klappt. Weil mittlerweile über 1000 Leute sich registriert haben, ne? Michi, wenn du Land hast, schaff dir Kühe an, dann ein Cow-Backpack-Trab auf dem Rücken, dann bist du saniert. Ja, dann mahmer das Gas, was die aus Dünsten verkaufen oder verbrennt und mahnt es direkt in Kraftwerken zu Strom. Sebastian schreibt noch, also grundsätzlich auch komische Logik, umstellen auf erneuerbare Energieversorgung zurückstellen, weil Energiekosten steigen. Eigentlich sollte genau das der Grund sein, umzustellen. Ja, aber wenn du umstellst auf einen Energieträger, der viel, viel teurer ist als der fossile Energieträger, dann musst du natürlich auch wirtschaftlich handeln. Und das habe ich auch immer gesagt, ich will auf erneuerbare umstellen, aber nicht um jeden Preis. Und natürlich ist es eine gesellschaftliche Aufgabe und eine politische Aufgabe, auch den umweltfreundlichen Energieträger oder den gewünschten neuen Energieträger mindestens mal so günstig zu machen wie den fossilen Energieträger. Und das sehe ich im Moment nicht. Und mir werden ja auch Steine in den Weg geschmissen. Nämlich, das auch nochmal zur Info für euch. Ich rede mich gerade in Rage. Ich kann jetzt oder ich habe den Antrag gestellt, weil meine Anlage unter 10 Kilowatt Peak hat, dass ich keine Einnahmenüberschussrechnung mehr machen muss. Umsatzsteuermeldung muss ich aber weitermachen. Also muss ich sowieso eine Einnahmenüberschussrechnung muss ich weitermachen. Gut, ist kein großer Aufwand für mich, aber für Leute, die da vielleicht nicht so firmendrin sind, ist es noch ein Riesenaufwand. Egal. So, wenn ich jetzt aber mir auch nur ein Modul dazu mache, außerhalb meiner bestehenden Anlage oder sagen wir mal, ja, es reicht schon ein Modul, soweit ich weiß, weil sobald du zwei Anlagen hast, musst du wieder für beide Anlagen eine Einnahmenüberschussrechnung machen. Ich kann mir nicht mal, ich kann mir auch kein Balkonkraftwerk hinstellen, weil dann Gefahr besteht, dass ja auch Strom ins Netz zurückgespeist wird und das würde dann über die PV-Anlage mit abgerechnet und dann bekäme ich für die Kilowattstunde Strom, die ich einspeise, 28,7 Cent. Geht also auch nicht. Ich habe im Moment keine Option, meine PV-Anlage auszubauen, wenn ich von diesem Steuervorteil, von dieser Ausnahmeregelung Gebrauch machen will, nämlich dass ich für meine bestehende PV-Anlage keine Steuern mehr zahlen muss. Und wenn wir jetzt 2.400 Euro nehmen, die ich so ungefähr umsetze, gut, da würde jetzt dann noch die Abschreibung abgehen, sagen wir mal 1.200 Euro mal 30 Prozent, gut, das sind 360 Euro Steuern im Jahr. So, was soll ich da machen, um das wieder rauszuholen? Selbst der Akku ist für mich, ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. Den will ich mir einbauen, weil ich das will, weil ich das als Hobby sehe. Aber ich kann doch nicht hergehen und Hunderte oder gar Tausende Euro in den Wind schreiben, nur weil ich einen Furz im Kopf habe. Das muss natürlich auch wirtschaftlich darstellbar sein, weil ich habe einen kaufmännischen Beruf gelernt und es entspricht gegen meine Natur, viel, viel, viel mehr Geld in eine neue umweltfreundliche Technologie zu stellen, als wenn ich mit Fossil weiter heizen würde. Das geht mir klar gegen den Strich, aber es muss doch gesellschaftlich auch die Voraussetzung geschaffen werden, dass es Sinn macht, zumindest halbwegs, dass ich nicht ganz so viel draufzahlen muss auf 10, 15, 20 Jahre gesehen. Darf ich kurz mal einbinden? Also der Akku ist ein anderes Thema, das ist eh gerade noch zu teuer. Dann hast du ja jetzt gerade erwähnt, dass du wegen der Umsatzsteuer der Arbeit hast, darfst du aber nicht sehen, okay, du hast damit Arbeit, aber auch wenn du jetzt gerade wiederum die Kilowattstunde für 40 Cent siehst und du hast eine PV-Anlage, das musst du dann auch wieder als positiver Punkt bitte sehen. Ja, darum geht es doch überhaupt nicht. Es geht darum, dass das Finanzministerium gesagt hat, wir schaffen eine Erleichterung und bewerten Anlagen bis 10 Kilowatt Peak als Liebhaberei, weil da kein Gewinn gemacht wird. Ich finde die Entscheidung schon sehr merkwürdig, weil dann Leute wie ich nochmal profitieren. Dass die Anlage an sich eine Gelddruckmaschine ist, steht außer Frage, hat damit auch nichts zu tun. Aber es gibt ja Anlagenbetreiber, die ihre Anlage viel später gebaut haben und damit tatsächlich so gut wie keinen Gewinn machen, aber zur Umsatzsteuer optiert haben. Ja, oder so wie ich, ich würde, theoretisch könnte ich ja sagen, ich optiere jetzt bei der PV-Anlage aus der Umsatzsteuer, dass ich also als Kleinunternehmer keine Umsatzsteuer abführen muss und dafür auch keine Vorsteuer abziehen kann. Wäre theoretisch möglich. Aber ich bilde mit meinem Einzelunternehmen YouTube eine, wie nennt man das, Steuergemeinschaft oder Steuereinheit und kann deshalb aus der PV-Anlage nicht mehr raus optieren. Und das gilt natürlich dann auch für alle anderen, die noch irgendwas anderes Umsatzsteuermäßiges haben. Das heißt, die müssen dann, obwohl die Erleichterung sein sollte, keine Einnahmenüberschussrechnung mehr, müssen sie dann trotzdem eine machen wegen der Umsatzsteuer. Das war nur der Punkt. Ich hoffe, es ist rübergekommen. Oder nicht? Jörg, warst du das erst gesagt oder warst du Thorsten? Irgendjemand traf sich jetzt? Thorsten, ich war es. Wie bitte? Ich war es. Ich war es. Thorsten. Thorsten, bist du mit der Erklärung einverstanden oder hast du noch was anzumirken? Habe ich was falsch dargestellt? Du hast schon recht, aber es bringt schon wieder ein zweites Thema dazu ein, dass du ja auch noch ein zweites Gewerbe hast. Ich meine, irgendwo muss man ja mal ja oder nein sagen, hopp oder top. Ja, hier, wie gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit. Für mich ist es super. Ich freue mich darüber. Ich will es ja auch in Anspruch nehmen. Ja, und ich nehme es ja auch in Anspruch. Und ich mache auch die Umsatzsteuererklärung weiter, so wie bisher. Aber es erfüllt halt nicht den zwingenden Sinn dahinter, in meinen Augen. Gut, aber du sagst, wenn ich selbstständig bin, dann ist es halt so. Ja, und vielleicht hat der Gesetzgeber wirklich nur vom Prinzip her die abhängig Beschäftigten im Sinn gehabt. Das kann natürlich sein. Da fühle ich mich jetzt aber als Selbstständiger auch ein bisschen benachteiligt. Darf ich das? Ja. Okay. Ich glaube, ich war jetzt ein bisschen gastig, oder? Es tut mir leid, Thorsten. Nein, 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 alles gut, alles gut. Ich will nur darauf eingehen, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist die neue Regelung gekommen, unter 10 KWP braucht man keine Umsatzsteuer machen. Keine Einnahmsteuersteuer. Oder um Überschussrechnung, jetzt willst du eine zweite Anlage vielleicht hinzufügen, dann hast du plötzlich wieder die Arbeit. Nein, die Arbeit, darum geht es nicht. Dann muss ich auch für die 10 KWP-Anlage wieder Steuern bezahlen. Dann gilt die Ausnahmeregelung nicht mehr. Das meine ich damit. weil wenn du dann über die 10 KWP kommst, auch mit der zweite, ich weiß nicht, wie es genau ist, aber sobald du die zweite hast, entweder du musst dann über 10 KWP sein, oder sie werden zusammengerechnet. Auf jeden Fall kannst du die Ausnahmeregelung dann nicht mehr in Anspruch nehmen. Und ich werde natürlich einen Teufel tun und jetzt mir nochmal 5, 6 KWP irgendwo hin basteln, wenn ich dann wieder jedes Jahr 300 oder 400 Euro Steuern mehr bezahlen muss, weil sich das dann erst recht nicht rechnet für mich. Verstehst du, was ich meine? Dann hätte man hergehen sollen und sagen sollen, du darfst dir noch privat eine hinstellen, für die du nicht einspeist, die du nur für dich selbst benutzt, also nur in den Speicher reinpumpst und dann gilt die Ausnahmeregelung weiterhin. Aber nach meinem Kenntnisstand ist das nicht so. Sobald du eine zweite hast, die du ja dann auch anmelden musst, ich wüsste jetzt nicht, wie du um die Anmeldung rumkommst, musst du auch wieder Steuern bezahlen. Und das ist das, was bei mir das Problem ist, weil sich dann auch eine zweite Anlage überhaupt nicht rechnen würde. In keinster Weise. Weil du selbst Unternehmer bist. Nee, das ist unabhängig vom Unternehmertum. Unternehmer hat nur mit der Umsatzsteuer zu tun in dem Fall. Das andere ist Einkommenssteuer. Das sind zwei Paar Schuhe, die nichts miteinander zu tun haben. Aber dann würdest du ja sagen, jeder, der mehr wie 10 KW baut, Spitze macht sozusagen Verluste. Und das stimmt ja auch wiederum nicht. Nee, das sage ich doch gar nicht. Ich sage nur, wenn ich jetzt geringfügig zubaue, dann wird meine erste Anlage, die jetzt das erste Jahr 2020 das erste Mal steuerfrei war, wird dann wieder steuerpflichtig. Und das ist das, was ich kritisiere. Entweder man sagt steuerfrei, die 10 KWP-Anlage, oder man sagt, okay, für alle muss Steuern bezahlt werden. Ich profitiere halt unwahrscheinlich von dieser Regelung. Aber ich glaube, ich bringe es nicht rüber, was ich meine, Thorsten. Er legt sich dann selber ein Ei, wenn er was zubaut. Das ist sehr schön formuliert. Er stürt sich den Steuervorteil dann selber kaputt machen, weil er plötzlich für das Alte, was er steuerfrei war, jetzt dann plötzlich Steuern zahlen muss. Nur weil er ein bisschen was dazu baut, wird er dann bestraft. So habe ich das mir angelesen und ich denke, so ist es auch. Aber hier kam jetzt nochmal eine neue Regelung, ist doch unter 30 KWP. Die ist aber nochmal anders. Ich muss nochmal reinlesen, aber soweit ich weiß, ich lese nochmal rein. Ist hier ja auch keine Steuerberatung. Ich mache mich nochmal schlau, aber nach meinem jetzigen Kenntnisstand, den ich habe, lege ich mir ein Ei, wenn ich zubaue. So wie es der Tobias gesagt hat. Und das will ich natürlich auch nicht, weil dann macht es einfach keinen Sinn. Aber egal, wir machen da jetzt einen Hagen dran. Wo waren wir eigentlich? Wir waren doch eigentlich bei ENBW und den Ladeparks. Aber wir haben jetzt auch schon wieder eineinhalb Stunden rumgelabert. Ich weiß keine Lösung für das Thema Strompreis. Ich wie gesagt will einen Speicher, der rechnet sich nicht. Das können wir nochmal festhalten. Den mache ich aber trotzdem. Aber um das auch nochmal, um auf den Sebastian noch zu antworten, ich werde nicht jedes Jahr hunderte von Euro mehr bezahlen, um dann eine Wärmepumpe zu haben, um ein bisschen ökologischer zu sein. Das mache ich nicht. Weil der Strom ja letzten Endes im Winter dann auch wieder nicht von der PV-Anlage kommt. Der kommt ja auch wieder aus dem Kraftwerk und dann weiß ich auch wieder nicht, woher der Strom ist. Ja, aber ich bin ja nicht autark, der Bob. Und auch die Anlage, die ich zubaue, selbst wenn die nur einen Speicher einspeist, weiß ich nicht, ob die dann nicht auch mit zu den Anlagen dazu zählt. Das sind alles Sachen, die ich klären müsste. Ich werde mich vielleicht da nochmal schlau machen, aber es ist kein einfaches Thema, das Ganze. Man muss da so vorsichtig sein. Und dann auch noch zur Info, wenn du selbstständig bist, das noch zur Info für euch auch. Und du nutzt den Strom, also angenommen, ich hätte einen Massagesalon und würde den Strom aus der PV-Anlage Eigenverbrauch auch im Massagesalon nutzen, wäre diese Steuererleichterung schon wieder hinfällig. In einem Arbeitszimmer, so wie dem, darfst du den Strom benutzen, aber es darf nicht größer sein. Und deshalb habe ich auch keinen zweiten Greenscreen-Raum mehr, den ich vorher noch hatte. Das ist erledigt, das gibt es nicht mehr. Jetzt habe ich nur noch den Greenscreen, den ich nutze. Ich mache alles hier im Arbeitszimmer und nirgendwo anders mehr, weil ich mir diese Steuererleichterung nicht kaputt schießen will. Und deshalb, da muss man so aufpassen. Und das Finanzamt, wo ich bin, das ist ziemlich hinter mir her. Ja, also die lassen mir keine Ruhe, weil ich keinen Steuerberater habe und deshalb sitzen die mir echt im Nacken. Und ich versuche aber alles tausendprozentig zu machen. Was? Keine Lösung? Also war der Stream umsonst? Lieber Elektro-Elektro-Ele. Muss ich dich aufklären? Jeder Stream von mir ist, na, umsonst ist er nett. Es gibt ja immer Kanalpunkte und, na, Abos und Cheeringpunkte, so wollte ich sagen. Aber er ist sinnfrei. Also die Streams bringen nie irgendeinen Mehrwert. Bis 30 KWP ist die EEG-Befreiung. Sagt der CD-Fahrer. Ich weiß nicht, was das damit jetzt wird. Also ich, Leute, wir machen einen Haken dran. Wir kriegen es eh nicht geklärt. Ich mache jetzt erst noch mal Liegestütz. Fünf muss ich noch aus den Alten machen. Jetzt alle eine 2 in den Schiff. So. Zehn. Das heißt, ich habe fünf von den Alten weg. So. Und fünf von den Neuen. Jetzt geht es doch schon mal aufwärts. 57 plus drei. Es heißt jetzt noch 60 plus noch die gechierten Punkte. Leute, Leute, Leute. Das war ja heute wieder eine Sache. Was ist jetzt wieder? Hier hat wieder irgendjemand was. Irgendjemand hat wieder einen Befehl gebellt und es wird wieder geantwortet. Was ist hier wieder los? Musste nur ich an Saul Goodman denken. Was ist denn hier wieder los mit den 2? Was ist hier los, Otto? Ich war jetzt gar nicht da. Du warst gar nicht da. Mhm. Was ist los hier, Leute? Ich möchte jetzt antworten. Hier sind lauter 2. Hier stimmt auch was nicht. Wuff, schreibt der Killroy. Super. Da kann ich jetzt was draus lesen. Ich sehe da, MKO hat nochmal... Oh, was ist hier los? Elo hatte ich, ne? Elo hatte ich. Aber MKO hat 200, 300 Bits gechirrt und Elo im i3 hat 300 Bits gechirrt. Sind zusammen 600 Bits. Vielen Dank, Veri Ebrichid. Was ist denn hier schon wieder los? Ich möchte aber nochmal klar sagen, ich kann das Heizöl bezahlen. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich muss nicht verhungern. Der Noki hat 333 Bits gechirrt. Vielen Dank, lieber Noki. Und Roman, der Arm, hat auch nochmal 100 Bits hinterher gechirrt. Vielen Dank. Habe ich jetzt so sehr auf die Tränendrüse gedrückt, dass ich meinte, ihr müsst jetzt alle nochmal cheeren. Das war wirklich nett. Das war nicht gewollt. 100 Bits nochmal vom Imker Ohr. Vielen Dank, Imker Ohr. 100 Bits nochmal. Dann rechne ich jetzt mal die Bits erstmal zusammen, weil das ENBW-Interview, das müssen wir uns noch ein anderes Mal den Rest vornehmen. Wir halten also fest. Ach nee, die Preise. Über die Preise müssen wir schnell nochmal reden, oder? Über die Preise müssen wir nochmal reden. Ja, das müssen wir jetzt nochmal machen. Nur zu deiner Aufklärung. Die Zweien waren nur, um dein dummes Gesicht dazu zu sehen. Danke, ihr seid echt alle superlieb zu mir. Okay, also wir reden gerade nochmal über die Preise. Um nochmal die Kurve zu kriegen zu was Sinnvollem, weil der Elektro-Alien sich auch beschwert hat. Also, Edison hat dann noch gefragt, was sie von 63 Cent je Kilowattstunde beim AC-Laden halten. Und dann hat halt der Herr Seelober nochmal gesagt, dass mit AC-Ladepunkten halt wenig Geld zu verdienen ist. und dann wurde in dem Interview auch noch über die Preise an sich gesprochen. Das ist ja bestimmt noch unsere Beteiligung. Genau, also sie wollen sich am Deutschlandnetz eventuell beteiligen. Sie prüfen das, ne? Und er sieht es als Pflicht von ENBW an, den Ausbau der Ladeinfrastruktur weiter voranzutreiben. Dann befragt auf die 44 Cent je Kilowattstunde. Das sei noch nicht ausdiskutiert. Davon gehe ich auch aus. Das wird bestimmt nochmal. Noch mehr. Vielleicht wird es auch etwas mehr und auch nicht an allen Standorten gleich. Wir sind zuversichtlich, dass man da vernünftige Lösungen findet. Also hier müssen wir nochmal abwarten, was aus dieser Regelung wird, ne? Aber wir sehen auch, dass das Deutschlandnetz den Ausbau der Infrastruktur bremst. Viele waden jetzt erst einmal ab. Ja, das ist halt so. Wir hätten unser Angebot an den Raststätten beispielsweise gerne schon weiter ausgebaut in Richtung 20 Ladepunkte und mehr. Also da sind sie jetzt erstmal vorsichtig. Die einheitlichen Preise wollen sie beibehalten, wobei sie, also europaweit, sie wollen also keinen Preis, wie er war. Aber ob sie die 55 Cent und die 46 Cent mit Vertragsbindung bei monatlicher Grundgebühr von 5,99 halten, das muss man halt auch abwarten. Aber die übersichtliche Preisstruktur wollen sie so beibehalten. Also er hat aber keine Auskunft gegeben, wie es weitergeht. 44 Cent pro Kilowattstunde halte ich deshalb eher für eine absolute Untergrenze beim Ladestrom und Preise im Bereich der 50er Cent Marke für gut erklärbar. Also natürlich ist da noch nicht so richtig mit eingeflossen, was im Moment der Strom an der Börse kostet. Wobei es da wohl wirklich nur um Spitzen geht, wie mir auch kürzlich, ich weiß nicht mehr Tobias oder Albert, ich weiß nicht mehr wer es mir erklärt hat, aber wer auch eigene Kraftwerke hat, ist dann auch nicht so stark von diesen Schwankungen betroffen und das gilt ja in dem Fall für EnBW. Kilroy schreibt so viel zu den 44 Cent von Scheuer, darüber wird noch verhandelt, so viel ist sicher. Sabbelbaron, 1K Badge, also der Elo im E3 hat ein 1K Badge bekommen, alter Hautding, Servus, muss früh raus, also Guts Nächte Elo im E3, man zieht und hört sich. Spiegelklad in Nordhessens, selbst mein Audi Quattro hatte massive Traktionsprobleme gerade. Oh, dann vorsichtig Noki, dann aber vorsichtig, weil es hat hier auch in Fulda am ersten Weihnachtsfeiertag 35 Mal gekracht, also vorsichtig, wenn ihr unterwegs seid, wir rechnen jetzt aber erstmal die Punkte zusammen, ich habe alles soweit Aschur, das sind also 500, 600, 900, 1500, 1600, 2033, 2043, 2043, das sind also mindestens schon mal, ach, jetzt hier, Mampfi hat er erneut für einen Monat auf Stufe 1 abonniert, vielen Dank, eine Liegestütz und 2043 Punkte bedeuten drei Liegestütze, ich runde immer auf, 1, 2, 3, das heißt, ich schulde euch jetzt noch 64 Liegestütz, dann probieren wir jetzt mal, wie viel wir wegmachen können, da sind wir jetzt erstmal Aschur mit allem, Wahnsinn, also erstmal vielen Dank, ihr wart heute wieder super großzügig, im K.O.A., nochmal 100 Bits, fangen wir natürlich wieder von vorne an, ist ja klar, weil wir die anderen Bits schon abgerechnet haben, ich mache jetzt erst nochmal ein paar Liegestütz und wehe, hier wird wieder hinter meinem Rucken irgendwelche konspirativen Gespräche geführt, dann können die jetzt ja mal Ja reinschreiben, danke, dass ihr so schön mitgespielt habt, Das sind jetzt noch 54, so, okay Leute, also es ist wieder mal ein, warum nicht, ja, ja, ah, jetzt geht es wieder weiter, toll, echt toll, gut, der Jürgen hat nochmal, ach, der hawaiianische Imker, hat fünf Communities springen lassen, ganz toll, fünf Liegestütz für den hawaiianischen Imker, also statt 54, 59 und der liebe Jürgen hat 111 Bits gecheckiert, vielen Dank lieber Jürgen, alles sehr appreciated in hard times, okay, also das haben wir jetzt, jetzt können wir aber schon mal drüber reden, wen wir reden, ich mache natürlich noch ein paar Liegestütz, aber habt ihr Vorschläge, wer ist denn so alles online, wen können wir denn mal reden? Emily oder Rachel? Wir gucken mal, wir sind halt grundsätzlich kleinere Streamers sind mir halt schon lieber, ne? Ungespielt, das ist doch, das ist doch der, der Unge, oder? Der hat doch wie viel, ja, ja, der hat auch bestimmt 100.000 Zuschauer, nee, nee, Fernando, so zu, den hatten wir doch auch schon mal, oder? Den hatten wir doch schon mal, glaube ich. Emily macht gerade so einen 14-Tage-Marathon. Ja, aber hier zum Beispiel, was jetzt der Albert gepostet hat, der hat 38 Zuschauer. Auch gut. Weil ich finde immer so kleine finde ich besser. Ja, 121, die Emily, die macht schon, ich denke mal, die ist auf Twitch schon gut dabei. Der geht schildert, das war der Warmbier-Hasser, aber ich glaube, der ist nicht online, oder? Nee. Also, ich denke mal, der Fernando Suza Gitar. Der ist gerade auf offline gegangen, haben wir gerade verpasst. Ah, okay. Gut, dann können wir den auch nicht nehmen. Was haben wir denn sonst noch? Müsten Fahrlehrer gibt es noch, von diesen, wo in den Campingbar da rumzingen. Hoffelke? Sonst keine Vorschläge, ich mache gerade nochmal Liegestütz. 1, 1, Aua, nochmal 10. So, jetzt wird irgendwie nicht weniger. Nochmal 10 runter, 49, okay. Der Küstenfahrlehrer ist da mit 58 Zuschauern. Ja, komm, dann nehmen wir nochmal, der hat mir auch nochmal geschrieben, glaube ich. Dann nehmen wir den nochmal. Der hat 58 Zuschauer, der freut sich bestimmt. Der spielt irgendein Spiel, scheint ein lieber Kerl zu sein, und dann nehmen wir den. Kommt alle mit, es gibt Punkte für Liegestütze. Ja, aber die werden ja dafür eingesetzt. Okay, wir haben uns jetzt auf den Küstenfahrlehrer geeinigt, das lassen wir jetzt auch so. Ich mache jetzt auf jeden Fall nochmal Liegestütze, bevor wir darüber gehen. Die Punkte muss ich noch, so, also 50 Liegestütze habe ich jetzt insgesamt, die ich noch machen muss, und da mache ich jetzt nochmal so viele weg, wie ich hinkriege. Gib mir mal Rechte in Discord, Polker, du kannst einfach reinkommen, du brauchst keine Rechte. Das ist für jeden offen. Also ich weiß 10 Minuten geblockt. Was, die Polkett ist geblockt? Nein, du glaube, ich habe das mal eingerichtet, Michael, dass du 10 Minuten warten musst, bis du reinkommst. Ich weiß aber nicht, wie man das ändert. Warte 10 Minuten, Polkett. Ich weiß nicht, wie das geht, Polkett. Es tut mir leid. Hilfe, wir sind bei Grünwelt. Ach, und Grünwelt ist pleite. No key, gut's nächtle. Ich mache gerade mal. Ich sagte, ja, also wenn der Erich das rausfindet, dann probieren wir die Polkett gerade nochmal einen Stream zu holen. Derweil mache ich nochmal Liegestütz. Dann wechsel zu ENBW, Polkett. ENBW. Aber Blocks war doch schon mal hier im Discord, oder? Ja, Blocks war, aber Polkett schaffst du heute noch. Kilroy. So, Erich, hast du was rausgekommen? Kilroy, lass den Browser laufen. Warte, ich schaue gerade. Das kann nur ja ändern. Ah, genau, du musst bei den Server-Einstellungen gehen, auf Moderation, und dann musst du sagen, Non is unrestricted. Warte mal, Server-Einstellungen, Moderation, Moderation, Streamer-Modus aktiviert steht jetzt bei mir. Ja, also, Übersicht. Polkett, wir sind ja noch eine Weile hier, wir sind noch eine Weile im Discord. Server-Einstellungen, Moderation, Server-Einstellungen, Moderation, und dann auf Non unrestricted musst du gehen. Bei mir steht bei Moderation Streamer-Modus aktiviert. Ja, das haben wir ja gehabt, das geht nur, wenn du im Stream bist, kannst du das nicht umstellen. Ja, also, wir reden nach dem Stream-Polkett. Die 10 Minuten sind ja auch fast rum. So, ich mache jetzt gerade nochmal 10 Liegestütz und dann gehen wir rüber zum Küstenfahrlehrer, damit ich ein bisschen runterkomme von meinen Schulden. Das ist ja Wahnsinn. So, schnell, schnell. Nochmal 10 weg. BAM! Nochmal 10 weg. So. Und jetzt hast du auch noch ein Rake. 25. So, Leute. Discord, wollt ihr mal Tschüss sagen? Tschüss, Chat. Tschüss, Chat. Gute Nacht. Komm, Michi, du hast noch gerade ein Rät gekriegt von Frank. Oh, Dankeschön für den Rät, Frank. Es ist aber ein bisschen zu spät, weil wir gehen jetzt rüber. Trotzdem, Dankeschön. Also, lieber Discord, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Lieber Chat, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ich weiß nicht, ob alle Tschüss gesagt haben. Tschüss. Tschüss, Chat. Okay, wird's gewesen sein. Also, Tschüss, wir reden rüber. So. Stream bei Ende nicht vergessen.